ALARM! Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcarts und tatsächlich geht mal wieder um die U-Boote. Ist ja lange her, dass wir was gehabt haben, aber ich habe vor bestimmt einem halben Jahr bei Ebay einen Erlebnisbericht, ein Tagebuch geschossen, das wirklich von einem deutschen U-Boot im Zweiten Weltkrieg handelt. So, den Inhalt konnte ich damals nicht lesen, ich habe es einfach gekauft, habe mir das hingelegt, habe mir das durchgelesen, habe gesagt, wenn das mal wieder Zeit ist, machst du mal was zu dem Thema U-Boot. So, und dann habe ich mir das Letztes rausgesucht, habe mir das durchgelesen, habe gedacht, verdammt nochmal, der hat das aber echt reißerisch geschrieben und so wie ich das verstanden habe, ist das tatsächlich der Erlebnisbericht von einem Mann, der an Bord war, der wiederum hat das irgendwie mal weitergegeben an jemanden und der hat das nochmal zu Papier gebracht. Also es ist quasi die Geschichte dieses Matrosen, da komme ich nachher nochmal zu, und aber aufgeschrieben von einem anderen und auch, ich sage mal, gut geschrieben, also reißerisch geschrieben. Ich habe immer das Gefühl, ich sitze bei dem Film das Boot dabei oder gucke mir gerade den Film das Boot an. Also wirklich reißerisch geschrieben. Es geht hier auch weniger um die Waffentaten dieses Bootes, also U-714, sondern es geht einfach mehr, was die Besatzung erlebt hat und wie das alles so war, auch an Land und so, finde ich wirklich gut gemacht und gut geschrieben. Ich bin noch nicht sicher, ob wir jetzt zwei oder drei Teile daraus machen. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem ersten Teil. Der ist schon wirklich gut geschrieben, sage ich jetzt mal, und ich habe das geprüft, dass das auch alles wirklich so passiert oder in großen Teilen wirklich so passiert und das konnte auch alles wiedergegeben werden. Also es ist nicht irgendwie aus hohler Hand geholt oder aus der Außentasche, sondern das hat auch so stattgefunden. Und ich musste hier und da auch schon mal schmunzeln. Leider fehlen von diesem Tagebuch die ersten zwei Seiten, deswegen springt man eigentlich direkt in die erste Sequenz auf See rein, aber das ist eben nun mal dabei. Das sage ich auch nochmal am Anfang von dem Teil hier, von dem Video ein. An dem Anfang, wo ich beginne, das vorzulesen, so ist es richtig. Meine Güte, der Tag war lang, muss ich mich für entschuldigen. Ich habe also nicht mehr so viel Energie heute, aber ich wollte das unbedingt heute noch fertig machen. So, deswegen würde ich sagen, zieht euren Tauchretter über, packt euer Ölzeug ein. Wir gehen an Bord von U-714 und gucken, was die Männer dort erlebt haben. Los geht's. Tagebuch eines U-Boot-Matrosen, Obermaschinen-Mat Karl-Heinz Marre und sein Boot U-714. Ja, kurze Anmerkung meinerseits, scheinbar fehlen die ersten zwei Seiten, deswegen steigen wir quasi voll in das Gefecht mit ein. Abgesetzt von den als Gruppe 3 bezeichneten Booten operiert U-714 unter Oberleutnant zur See Schwebke mit einem besonderen Auftrag. Die Besatzung wird über Bordlautsprecher darüber informiert, dass das Booten nicht angreifen, sondern ein Täuschungsmanöver starten soll. Abzusetzende Funksprüche sollen den Konvoi zu einer Ausweichbewegung fernlassen und ihn in die Fänge der Gruppe 3 treiben. Die Hoffnung erfüllt sich nicht. Der Konvoi passiert unbemerkt die deutsche Aufstellung. U-714 läuft in eine neue Position, sehr oft getaucht, dann beträgt die Marschfahrt nur 1,5 Seemalen. Kommandant Schwebke hat die Vorhänge vor seiner Kurie zugezogen. Er brütet über dem Kriegstagebuch, dem KTB. Wie den meisten U-Boot-Kommandanten ist es auch ihm ein Anliegen, möglichst knappe Formulierungen zu finden. Weitschweifige Erläuterungen sind ihm ein Gräuel. Vergeblich versucht er, sich auf die Eintragung ins KTB zu konzentrieren, doch seine Gedanken kreisen automatisch um den derzeitigen Stand der Schlacht im Atlantik, um den Krieg schlechthin. Da war es doch den Alliierten im März gelungen, die Luftüberwachungslücke, das sogenannte Gap, südlich Grönlands zu schließen. Das gleiche gilt für die Lücke bei den Azoren, die vor wenigen Tagen dicht gemacht wurde. Langstreckenflugzeuge des Coastal Commands haben dies möglich gemacht, zum Verdruss der Frontboote. Der Juli 1943 war der letzte Kriegsmonat, in dem die U-Boote noch mehr als 200.000 Bruttoregistertonnen an Schiffsraum versenkten. In der Kommandantenbesprechung waren die Verlustziffern für diesen Monat angegeben worden. Schreckliche Zahlen handelt es sich doch um insgesamt 37 Unterseeboote, die der Gegner vernichtet hatte, davon 13 in der Biscaya, 11 im Südatlantik und in der Karibischen See. 4 im Mittelmeer, 1 im Nordmeer und 8 im Nordatlantik. Das war ein Anteil von über 30% der in See stehenden Boote. Wie viele Freunde, wie viele Kameraden hat es da erwischt? Und heute? Heute sieht es nicht viel besser aus. Nach den spärlichen, zeitweise verstümmelt eingegangenen FT´s ist wieder eine große Zahl von Booten verloren gegangen. Und wie viele waren nicht mehr in der Lage einen Funkspruch abzusetzen? Seit Mai 1943 sind bei den Alliierten vermehrt Geleitflugzeugträger im Einsatz. Damit ist der Schutz der Gleitzüge aus der Luft fast vollkommen. Wie sollen da die U-Boote ihre Angriffsposition erreichen? Etwa mit der minimalen Unterwassergeschwindigkeit? Die gesamte Wehrmacht wird 1943 von schweren Schlägen heimgesucht. Im Januar die Kapitulation in Stalingrad, das Ende der 6. Armee, der Vorstoß der Russen, im Mai die nächste Pleite, das deutsche Afrikakorps kapituliert in Tunis. Hunderttausende sind gefallen oder in Gefangenschaft. Wie soll die Wehrmacht diese Aderlässe verkraften? Sind diese Desaster nur Pech, resultierend aus dem sattsamen bekannten Rohstoff- und Treibstoffmangel? Oder hat der deutsche Soldat versagt? Oder sollte vielleicht die deutsche Führung nicht mehr fähig sein, die Lage zu überschauen und entsprechende Maßnahmen zu treffen? Schwebke weiß, dass es müßig ist, sich als kleiner U-Boot-Kommandant darüber den Kopf zu zerbrechen. Ohne Einblick und Einfluss kann man die Dinge nur auf sich zukommen lassen. Seine Gedanken eilen weiter. Zornesröte steigt ihm in die Stirn. Die Alliierten hatten kaum den letzten Lanzer des Afrikakorps im Sack, da passierte das Malheur mit den zwei italienischen Inseln. Die Insel Pantelleria zwischen Afrika und Europa gelegen, ragt 850 Meter aus dem Wasser. In den in den berggetriebenen Stollen, Kavernen und Bunkern stand eine Garnition von 11.000 Italienern und 87 Deutschen. Festungskommandant war Admiral Gino Parvesi. Das Eiland galt als uneinnehmbar. Eisenhower wollte einen Luftstützpunkt möglichst nah an Sizilien haben, also befahl er die Bombardierung Pantellerias. Da nahmen die Landungsboote der 1. Britischen Division Kurs auf die Insel. Noch weit vor der Küste signalisierte der britische Zerstörer Laferoy, er sähe eine weiße Fahne am Signalmast flattern. So gingen die Briten kampflos an Land. Admiral Parvesi unterschrieb die Kapitulation. Als Begründung wurde Wassermangel angegeben. Tommy staunt jedoch nicht schlecht, als sie alle Zisternen bis an den Rand gefüllt vorfanden. Die italienische Garnison hatte durch das Bombardement lediglich 100 Mann verloren. Der schier unübersehbare Haufen der anderen hatte den Schwanz eingerollt und zog in die Gefangenschaft, voran der Feigling in Admiralsuniform. Zufisant meldeten die Briten, dass sie bei der Operation einen Verwundeten zu beklagen hatten. Er war von einem Schakal gebissen worden. Ein gütiges Schicksal sollte man diesem Dreckskerl von Admiral für eine einzige Feitfahrt zuteilen, murmelte Schwibke. Dabei sollte er nur das über sich ergehen lassen, was auch jeder Mann auf dem Boot aushalten muss. Er denkt an Wasserbomben und Astikordnungen, Fliegerbomben und Wassereinbrüche, Zerstörerangriffe und Rampfversuche, Schlaf- und Luftmangel, Brennende Augen und Filzläuse, Reparaturen in qualvoller Enge und das Knarren der Spanden in 200 Meter Tiefe, Alkohol und Rauchverbot, Gestank und dauernd feuchte Klamotten, dazu die ewig besetzte Latrine. Nicht wenigen Matrosen, die mit zusammengepressten Backen vor dem Rotlicht standen, soll das auf die Membran drückende, später zu liegende Ei in die Hose gerutscht sein. Diese Fahrt würde den Knilch entweder zum Mann und Offizier machen oder er müsste sich die Pistole an die Schläfe halten. Höchstwahrscheinlich wäre er aber auch dazu zu feige. Diese Gedanken Schwebkes erfassen das nächste Dilemma. 24 Stunden nach der Kapitulation von Pantelleria, also am 12. Juni 1943, ergab sich die Insel Lampedusa einem amerikanischen Sergeanten, der auf dem dortigen Flugplatz mit defekter Maschine notgelandet war. Da hat sich Deutschland vielleicht einen Verbündeten ausgesucht, Knurrte Schwebke. Man sollte... hm... Seine Gedanken werden je unterbrochen durch den Ruf Kommandant zum Horchraum! Der U-Boot-Alltag hat wieder begonnen. Am 31.10. stellt der BDU Ostwärts Neufundland die Gruppen Körner mit U714, U212, U969, U231, U267, U281, U413 auf. Am weitesten im Norden operiert U714, das am 01.11. ein einzelnes Flugzeug sichtet. Die Konvois umgehen die deutschen Aufstellungen. Eine Umgruppierung zu 4 oder 5 Booten bringt auch nichts ein. Der Konvoi HX264, der ab 05.11. erwartet wird, hat eine äußerst starke Sicherung. Am 06.11. früh vernichten Captain Walker und Lieutenant Commander Winner U226. Nachmittags erleidet U842 das gleiche Schicksal. Der Konvoi HX264 läuft ungesehen vorbei. Wegen der starken Luftüberwachung ist für die Unterseeboote ein Überwassertagesmarsch unmöglich geworden. Der BDU bricht daher am 07.11. 1943 die Operation ab. Der Bug der U714 zeigt in Richtung Britannien. Das Boot fährt unter Wasser in Tauchtiefe 80 Meter. Der Kommandant macht seine Runde. Im Dieselraum legt sich ein Maschinenobermat Werkzeug zurecht. Wie sieht's aus, Mare? Im Augenblick ganz gut, Herr Oberleutnant. Ein Ventilsitz am Steuerborddiesel ist nicht ganz astrein. Ich wollte mich gerade mit dem LI daran machen. Da kam der Alarm. Eine Überprüfung kann aber nur bei Betriebstemperatur durchgeführt werden. Wann werden wir voraussichtlich auftauchen? In einigen Stunden ist es finster, dann können Sie das Knatter der Ungeheuer anwerfen und einstellen. Was macht der LI? Der schläft jetzt, Herr Oberleutnant. Soll ich ihn wecken? Aber nein, Mare, der hat seinen Schlaf verdient. Es reicht voll auf, wenn er mich in der Nacht von der Behebung der Störung unterrichtet. Jawohl, Herr Oberleutnant. Der Kommandant begibt sich in Richtung Zentrale. Die deutsche Abwehr hat den Vereinigten Konvoi KMS 30-OS 59 avisiert. Daraufhin stellt der BDU 15 U-Boote westlich von Spanien als Gruppe Wedding auf. Am Morgen des 23.11. startet eine Focke-Wulf 200 von Bordeaux. Trotz intensiver Suche gelingt es dem Fernaufklärer nicht, den Geleitzug aufzufinden. Die U-Boote warten vergeblich auf die entsprechende Positionsmeldung. Nach Stunden dreht die Maschine in Richtung Festland ab. Aus der Gruppe Wedding ist U-424 als Verbindungshalter weit nach Norden vorgestoßen. Weil der Treibölvorrat noch ausreichend ist, soll auch U-714 die Gruppe Wedding unterstützen und zusammen mit U-424 die Nordflanke des Rudels bilden. Beide Unterseeboote fahren aufeinander zu. Zur gleichen Zeit läuft die 4th Support Group unter Commander Paramore an der Gruppe Wedding vorbei. Es handelt sich um Fregatten, die seitens der USA den Briten zur Verfügung gestellt wurden. Die mit Höchstfahrt laufenden Böyard, Besseli, Drury, Bentnik und Barry orten U-648. Das Boot hat keine Chance und sinkt. Wenig später werden U-424 und das anmarschierende U-714 von den Ortungsgeräten der Fregatten erfasst. Die britische Gruppe teilt sich, je drei Fregatten verfolgen ein U-Boot. Auf beiden deutschen Kampfbooten hat man die Fregatten natürlich auch längst geortet. ALARM! Über den Türmen schlagen die Wellen des Atlantiks zusammen. Rasch ist die Tauchtiefe 160 Meter erreicht. In den Booten ist es still. Schleichfahrt, haben die Kommandanten befohlen. Die eigenen Geräusche müssen auf ein Minimum herabgesetzt werden. Dadurch wird die Ordnung für den Gegner erschwert. Den Fregatten stehen die Bedienungsmannschaften an den Wasserbombenwerfern bereit. Die Commander verfolgen auf den Schiffsbrücken den immer spitzer werdenden Winkel des vorausstrahlenden Astik. Dann ist es soweit. Attention! Fire! Die ersten Vavos sind unterwegs. In beiden U-Booten sind die Astik-Impulse der Verfolger deutlich zu hören. Je schneller die Intervalle der Pings, desto näher die Fregatte. Malende Schraubengeräusche, dann rumst es. Die erste Druckwelle, nicht besonders stark, erreicht U-714. In der Ferne sind weitere Detonationen zu hören. 2A plus 30, ruft Oberleutern Schwebke. Der I pendelt das Boot bei 190 Meter ein. Noch ist alles normal. Noch schauen sich die Leute aufmerksam und ruhig an. Wird schon werden, murmelt einer. Diejenigen, die ihn gehört haben, nicken. Ein furchtbarer Knall. Das Unterseeboot macht einen Satz. Da explodiert die zweite Wasserbombe. Die Druckwelle schleudert das Boot aus seinem Kurs. Es kränkt über. Ein anschwellendes Dröhnen strapaziert die Trommelfelder der Besatzung. Dazwischen ist ein schrilles Pfeifen zu hören. Unter Flüchen und Stöhnen heben sich die Männer, denen die abrupten Bewegungen des Bootes den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Ein Torpedomat ist mit der Stirn gegen ein Stellrad geschlagen. Aus der Platzwunde rieselt ihm Blut in die Augen. Begeblich versucht er sich mit einem dreckigen Lappen die Augen auszuwischen. Da hat doch irgendein krummer Hund behauptet, es wäre süß fürs Vaterland zu sterben, murmelt er. Der ist bestimmt nie auf einem U-Boot gefahren. Dann wird seine Stimme lauter. Führt mich zum Sunny, ich kann nichts mehr sehen. Eine helfende Hand packt ihn am Arm und schiebt ihn vorwärts. Die nächste Bombe lässt das Boot erzittern. Der Kommandant beobachtet das Tiefenmanometer. Die Anzeige schwankt um 190 Meter. Runter auf 210, Ruder, 180 Grad. In der Ferne sind drei Detonationen kurz hintereinander, dann noch eine vierte zu hören. Jetzt behaken sie auch U-424, ruft halblaut der Leitenden Ingenieur. Wie viele Tommys machen wohl Jagd auf uns, Herr Oberleutnant? Die Frage gilt dem Kommandanten. Mindestens fünf, meine Schätzung. Der Rest des Satzes geht in einem furchtbaren Schlag unter. Die Beleuchtung fällt aus, Schreie im Boot stöhnen wimmern. Wasser rauscht, der Bootskörper wird vorlastig. Endlich flammt die Notbeleuchtung auf. Käsige Gesichter, halboffene Münder, beide Tiefenmuttergänge starren auf das Manometer. 220 Meter laufen durch, brüllte eine. Der Kommandant steht mit einem Satz hinter ihm. Anblasen, Ali, schnell anblasen! Schwebke ist nervös. Der Druckkörper ächzt und knackt. Jemals heultlos. Meine Mutter! Schnauze verflucht, Schnauze, sage ich. Die flehende Stimme erstirbt. Auf den Bodenplatten rollen verschiedene Gegenstände umher. Sie machen jede Bootsbewegung mit. Scherben knirschen. Eine der E-Maschinen läuft unrund. Angeblasen, ruft der Leitende. Boote auf 150 Meter einpendeln. Die Stimme des Kommandanten ist wieder normal. Wassereinbruch im Bugtorpedoraum. Lenzpumpe läuft. Die Vorlastigkeit des Bootes hat ihre Erklärung gefunden. Zu Ali, schauen Sie mal nach. Der Ingenieur steigt durch das Kugelschott. Er hat das linke Bein noch nicht nachgezogen, als ein furchtbarer Stoß ihn von den Füßen reißt. Wie ein Torpedo schießt er über die Bodenplatten, bis ein herausragendes Ventil seine Fahrt abrupt abbremst. Mit einer schweren Schulterprellung und mehreren Schürfwunden bleibt er liegen. Die Wasserbombe durfte keinen Meter näher am Oboot detonieren. Die stillende Röhre schüttelt sich wie ein weitwundes Tier, doch sie hält stand. Aber wie lange noch? Das infernalische Geräusch ist abgeebbt. Geblieben ist das Knistern und Knacken, das Stöhnen verwundeter, das Rauschen, Eindringen des Wassers und ein unidentifizierbares Jaulen. Die Offiziere, manche mit schmerzverzerrten Gesichtern, überprüfen die Schäden. Meldung an den Kommandanten. Reparaturtrupps arbeiten hastig, Öl verschmiert, in qualvoller Enge. Boot steigt, schreit der LI und blickt auf das Tiefmanometer. Jetzt durchpendeln. Die befohlene Tiefe ist erreicht. 150 wie befohlen. Schwebt genickt. Danke LI, neuer Kurs 220. Noch während das Boot beidreht, fällt die nächste Bombenserie. Sie liegt aber so weit weg, dass das Boot nur leichte Schlingerbewegungen macht. Ob die uns wohl verloren haben? Auf die Frage des Wachoffiziers schüttelt der Kommandant den Kopf. Glaube ich nicht. 1WO, schön wär's ja. Er sollte Recht behalten. 12. Qualvolle Stunden werden beide U-Boote mit Wasserbomben belegt. Wehrlos müssen die Besatzungen das Inferno durchstehen. Dann drehen die Fregatten ab. Sie haben keine Bomben mehr. Müssen betankt werden. In der Nacht tauchen beide U-Boote auf. Durchlüften, Schäden beheben, Ordnung schaffen, Essen. Notdürftig gesäubert klettert die Freiwache in die Kojen. Auf dem Turm tasten vier Augenpaare die sich schwach abzeichnende Kimmen ab. Der Kommandant lehnt am Seerohr Bock. Kurs Heimat, befiehlt er. Kurs Heimat, wiederholt der Rudergänger im Inneren des Bootes. Die schmale Silhouette verschwindet in der Nacht. Lorient, 3.12.1943 Mit leisen, summenden E-Maschinen steuert U714 auf einen U-Boot-Bunker zu. Der Empfang durch den Flottillen-Chef ist vorbei. Ein dürftiger Empfang. Längst vergangen sind die Zeiten, wo zur Begrüßung Sekt gereicht wurde und Krankenschwestern wie auch Nachrichtenhelferinnen Blumen überreichten. Einige markige Worte, dann verlief sich das Empfangskomitee. Das behelfsmäßig reparierte und abgedichtete Boot macht im U-Boot-Bunker fest. Ein Kran kommt auf Schienen angefahren, die Laufkatze wird über das Vorschiff dirigiert. Langsam öffnet sich das Torpedo-Übernahmelook. Der Kran hiev die nicht verschossenen Torpedos in die Höhe. Sie werden auf spezielle Transportwagen an der Schmalseite des Bunkers gelegt und ins Arsenal transportiert. Anschließend wird die Besatzung in die Unterkünfte an Land entlassen. An Bord bleibt nur eine Wache. Die Männer baden, rasieren sich, machen sich landfein. Das große Besäufnis kann heute noch nicht stattfinden, denn für morgen früh 7 Uhr ist Appell an Deck des Bootes angesetzt. Deshalb bleiben die meisten in der Unterkunft, nehmen einen Schlaftrunk zu sich und strecken sich dann nach Wochen voller Entbehrung und Gefahr wieder in einem richtigen Bett aus. Im U-Boot-Bunker ist es ungemütlich und kalt. Während über dem Hafen ein grauer Tag heraufzieht, ist die Besatzung von U714 auf dem Vorschiff angetreten. Der Kommandant erscheint, der 1WU macht Meldung. Lassen Sie rühren. Eine vage Geste Richtung Turm. Das Boot muss heute schnellstens ausgeräumt werden. Die einzelnen Gruppen und ihre Führer sind bekannt. Für sie liegen die Urlaubsscheine in der Flottille ab morgen 10 Uhr bereit. Eine Ausnahme bilden die Leute, die noch vom 1WU und der LI bestimmt werden, morgen im Laufe des Vormittags beim Eindocken dabei zu sein. Diese fahren dann einige Tage später in den Urlaub. Sind die Werftlisten fertig? Der angesprochene Leitende reißt die Hacken zusammen. Fertig, Herr Oberleutnant. Er hat nach dem letzten Wasserbombenangriff zusammen mit dem Maschinenobermaten Mare tagelang sämtliche Schäden und Deckagen aufgelistet, die während der kommenden Werftige Zeit zu beheben sind. Das war's dann, meine Herren, schwebt gegrinst. Wünsche einen schönen Urlaub. Danke, Herr Oberleutnant, still gestanden. Der Kommandant salutiert und geht von Bord. Sie strömt von allen Seiten zum Casino. Soldaten in blauen Uniformen. Jeder Dienstgrad ist vertreten. Der einfache Matrose, der Flottillenchef, alle. Sie sind in der Überzahl, doch auch Lanzer in Feldgrau, Pioniere, Artilleristen und Infanteristen sind zu sehen. Eine relativ kleine Gruppe hat graue Uniform mit roten Spiegeln. Leute von der FLAC, dazwischen einige Krankenschwestern, Nachrichtenhelferinnen der Luftwaffe und Marine, Angehörige der Organisation TOT und einige Zivilisten. Die Luftwaffe ist nur einmal vertreten. Ein Hauptmann hat sich mitten zwischen die Besatzung der U714 gesetzt. Groß und blond, das Ritterkreuz halb unter der Uniformjacke versteckt. Auf der rechten Brustseite blitzt das deutsche Kreuz in Gold. Auf der linken das EK1. Daneben die Frontflugspange und das verwundene Abzeichen in Silber. Ein Offizier, ein Held, wie er im Buche steht. Spannung und Erwartung liegen in der Luft. Ist doch das Ensemble des Reichssenders Berlin angereist, um Deutsche in Feindesland zu unterhalten und zu erfreuen. Der Reichspropagandaminister tut etwas für die Armee, nach Meinung der Lanzer aber viel zu selten. Vor den noch geschlossenen Bühnenvorhang tritt der Standortkommandant und bittet um Ruhe. Einige markige Worte von deutschen Soldaten, die an allen Fronten das Einbrechen des Feindes verhindert. Dann die Begrüßungsformel, wir alle sind glücklich und so weiter. Der Konférencier lächelt verbindlich, bedankt sich im Namen der Künstler. Dann legt er los, bringt Witze, teils brandneu, teils abgedroschen. Dröhnendes Gelächter im Saal. Der Vorn geht auf, da sitzen neben und hintereinander etwa 25 Mann mit blitzenden Instrumenten. Das Orchester des Reichssenders Berlin. Ein Taktstock wird hochgerissen. Unter dem frenetischen Beifall der Zuschauer erklingen die beliebten Schlager, die jeder kennt. Der Vorn schließt sich wieder, der Konférencier ist an der Reihe. Er erzählt Geschichten, die ihm während der Jahre beim Fronttheater widerfahren sind. Als Truppenbetreuer war er schon überall da, wo der deutsche Lanzer stand bzw. steht. Da ist die Rede von der Zioranaika und vom Nordkamp. Von den Kanalinseln und Lapland, von der Volga und Piscaya, von Sizilien und Kreta. Von verschiedenen Punkten sind wir zwar verdrängt worden, doch es wird gar nicht lange dauern, dann sind wir wieder dort. Wir glauben daran, denn unser ist der Sieg. Der Applaus ist eher verhalten. Viele werden wohl den Glauben an den Endsieg bereits verloren haben. Nur darf man darüber nicht reden, sonst… Im Saal erlischt die Beleuchtung, dann flammen Scheinwerfer auf. Im grellen, gleißenden Licht steht eine junge Frau auf der Bühne. Blond, im langen weißen Kleid. Eine blutrote Rose am Gürtel. Für die Lanzer der Innenbegriff der Schönheit. Einmalig und unerreichbar. Bewundernde Ausrufe, riesiger Beifall. Vom Orchester begleitet fängt sie an zu singen. Komm zurück. Nicht das kleinste Geräusch stört die Darbietung. Ist der Weg auch weit, führt er mich und auch dich in die Seligkeit. Darum… Der Conferencié kündigt eine Sensation an. Hier steht Lucifer, der beste Magier, den Sie je gesehen haben. Ein Künstler der Superlative. Lassen Sie sich überraschen, aber passen Sie sehr gut auf. Beifall. Ein Mann in mittleren Jahren mittelgroß, im schwarzen Frack, von Punktleuchten angestrahlt. Er ist allein. Er hat keine weibliche Assistenz wie die meisten Zauberkünstler. In dem steht ein Tisch, auf dem die für den Auftritt benötigten Utensilien liegen. Sein Programm beginnt mit Kartenkunststücken. Lässt sie verschwinden, holt sie irgendwo aus der Luft wieder hervor. Wirft sie in weitem Bogen aus einer Hand in die andere. Die Karten scheinen aneinander zu kleben. Aber weit gefehlt. Im nächsten Moment bilden sie zwei Fächer. Werden die Luft geworfen, sind weg. Einfach weg. Tosender Applaus. Der Zylinder kommt an die Reihe. Ein halbes Dutzend lebender Kaninchen holt der Magier aus ihm hervor. Dann zieht er eine Unzahl dünner Tücher aus der Innentasche des Fracks. Macht in jedes einen gut sichtbaren Knoten. Reißt anschließend kurz an beiden Enden. Die Knoten sind fort. Die Tücher werden auf den Tisch gelegt. Lucifer greift nach einer Schachtel Zigaretten. Steckt einen in den Mund. Legt die Schachtel wieder zurück. Dann wendet er sich zum Publikum. Stößt die rechte blitzschnelle Luft. Und hat ein brennendes Feuerzeug in der Hand. Die Zigarette wird angezündet. Rauch quillt aus Lucifers Nasenlöchern. Eine schnelle Bewegung. Er hat das Feuerzeug fortgeworfen. Noch ein Zug am Glimmstängel. Dann wirft er auch diesen in die Luft. Die Zigarette hat sich anscheinend aufgelöst. Im Saal ist es ganz still. Nur ganz hinten ein verhaltenes Räuspern. Mit der linken Hand macht Lucifer eine fahrige Bewegung. Und hält eine Zigarette zwischen den Fingern. Er führt sie zum Mund. Die rechte greift blitzartig ins Nichts. Und kommt mit einer brennenden Zigarette zurück. Eine Zigarette wird an der anderen angezündet. Rauchschwaden hüllen den Kopf des Magiers ein. Dann wirft er beide Zigaretten in die Luft. Wo sie verschwinden. Anschließend wiederholt er das gleiche Spiel. Zehn oder zwölf Mal hintereinander. Lucifers Bewegungen sind so schnell. Dass das Auge ihm nicht zu folgen vermag. Der braucht sich um seine Stäbchen nicht zu sorgen. Flüstert ein Lanzer seinem Nachbarn zu. Dieser nickt. Wie erstaunt aber würden beide sein. Wenn sie Lucifer am nächsten Morgen im Hotel beobachten könnten. Wenn er am Nebentisch um eine Zigarette schnurrt. Auf der Bühne stehen dem Magier nur drei Stäbchen zur Verfügung. Der Zauber räumt unter riesigem Beifall die Bühne. Ein Ballett tritt auf. Die Tänzerin schwingen die Beine. Werden durch Zuruf angefeuert. Die Augen der Soldaten blitzen. Man hört die entsprechenden Kommentare. Die nächste Nummer wird von zwei Sängerinnen dargeboten. Die teils im Duett, teils Solo singen. Ein Potpourri gekonserviert. Feiertes Publikum, ruft der Confiancier. Ich bitte nun um Aufmerksamkeit für den besinnlichen Teil unserer Show. Hinter dem sich öffnenden Vorhang steht ein Mitglied des Ensembles in Marienuniform. Jung, drahtig aussehend. In der Hand hält er eine Klatte, die er langsam anhebt. Weit hinter ihm schemenhaft sichtbar ein Akkordeonspieler. Dessen Finger greifen die Tasten, eine Melodie erklingt. Leise, sentimental, an La Paloma erinnernd. Der Matrose ließ nun langsam und deutlich vor. Er stand an einen Baum gelehnt und schaute zur Schule hinüber. Der Wind hatte den Ästen gestöhnt, des Mondes Licht wurde trüber. Er grübelte über Freude und Leid, das Notabitur von morgen früh, auch über die nahe Wehrdienstzeit. Zunächst hörte er, dann sah er sie. Es war, als wäre ein Blitz eingeschlagen. Benommen ging er auf sie zu. Dann hörte er sich Leide sagen, I never can stop loving you. Belustig zuckten die Augenbrauen, sie strich sich übers blonde Haar. Ich gehöre nicht zu jenen Frauen, doch dann sah sie, wie ernst es ihm war. Sie trennten sich erst am frühen Morgen und schworen sich Treue für alle Zeit. In den folgenden Wochen mit allen Sorgen sah man sie nur noch zu zweit. Vergangen sind die Stunden der Liebe, die Zweisamkeit ist längst passé. Die Hoffnung, dass es immer so bliebe, zerschlug sich. Er fährt zur See. Er kennt das Nordmeer und die Azoren. In der Biscaya, da hatte er Glück. Als sein Flugzeug sein U-Boot zum Ziel sich auserkor. Doch er kam sicher zurück. Nun sitzt er hier und bedauert sich und sein Liebchen zu Haus. Im Westen der böse Feind lauert. Also muss er wieder hinaus. Der Vortrag ist zu Ende. Das Akkordeon erstirbt. Man hört das Atmen der Männer. Die Stille wird je unterbrochen. Ein Matrosengefreiter hebt sich und verlässt schnellen Schrittes den Saal. Die Besatzung von U714 schaut ihm nach. Es ist einer der ihren. Gleich darauf senkt sich auch der hochdekorierte Luftwaffenhauptmann durch die Sitzreihen und strebt einer Tür zu. Die Künstlergruppe läuft zur Höchstform auf. Parodien, Melodien und Witze wechseln in rascher Folge. Der Vorhang fällt. Die Beifallsbekundungen sind grandios. Nun erscheint das Ensemble vollzählig am Bühnenrand. Verbeugt sich und bedankt sich. Das Publikum rast viele Minuten lang. Dann ist alles vorbei. Gedränge an den Türen. Der graue Alltag hat begonnen. Viele müssen sofort in die Kasernen. Stellung oder Dienststellen zurück. Andere, so die Besatzung der U714, streben zu den Theken und Tischen. Alkoholdunst liegt in der Luft. Vor einem Barhocker sitzt der Luftwaffenhauptmann, schon ziemlich angetrunken. In seinem Glas funkelt roter Wein. Hinter der Thege steht Mimi, eine vollbusige blonde Schönheit. Sie hat eine Flasche in der Hand. Als der Hauptmann die 10 oder 12 Besatzungsmitglieder von U714 sieht, hebt er mit einer schwungvollen Geste die Hand. Kameraden, als Soldat der Luftwaffe habe ich bisher wenig Gelegenheit gehabt, mit Matrosen zu reden. Ab sofort muss das anders werden. Ich lade euch ein. Mimi wird jedem von euch das gewünschte Kredenzen. Nehmt also Platz, Männer, und lasst es euch im Munden. Die Jungs lassen sich nicht lange bitten. Man klettert auf die Hocker. Mimi nimmt die Bestellung auf. Eine weitere Bardame hilft. Im Nu hat jeder etwas Trinkbares vor sich. Der Hauptmann hebt sein Glas. Wir trinken auf alles, was uns lieb und teuer ist. Unseren Feinden wünschen wir Gicht, Putgra Ischias und das Zipperlein. Sie sollen Haare und Zähne verlieren, die Schwänze mögen ihn abfaulen. Dann werden wir über sie kommen, jedem Einzelnen einen Handfeger ins Arschloch pflanzen und ihn anschließend als Eichhörnchen in den nächsten Wald jagen. Prost, Gemeinde! Prost, Herr Hauptmann! Der Schalt ist vielstimmig. Alle Gläser sind leer, die Barfrauen schenken nach. Nun sind Matrosen vor allem an Land nicht den Mitgliedern eines Kirchenvereines gleichzusetzen, aber einen solchen Trinkspruch hat noch keiner gehört. Stell dir das mal bildlich vor, ein Mat beugt sich grinsend zu seinem Nachbar. Auf jedem Baum mindestens ein Eichhörnchen. Das wäre, der Rest des Satzes geht in einem Geschrei unter. Einmal prostet man sich lautstark zu, zum anderen hat ein Marina, eine Barfrau, ins wippende Hinterteil gekniffen. Deinen emotional in schrillen, diskant dem Flegel an den Kopf geworfenen Beschimpfungen können sich hören lassen. Die Bagage feixt und entsprechende Kommentare ist man nicht verlegen. Ein riesiges Besäufnis kündigt sich an. Ungeheure Mengen hochprozentiger Getränke verschwinden in den Kehlen der Männer. Ich möchte nicht die Rechnung bezahlen wollen. Der Hauptmann scheint enorm reich zu sein, so die Feststellung eines Matrosen, der sich mit größter Mühe auf dem Barock erhält. Um den Luftwaffenoffizier hat sich zwischenzeitlich eine kleine Gruppe der U-Boot-Besatzung geschart. Alle haben stark gerötete Gesichter. Mit den Alkoholfahren könnte man ein mittleres Gaswerk betreiben. Trinkt Jungs, so schnell und so viel ihr könnt, nur das heute zählt. Der Hauptmann untermalt seine Worte gestenreich. Es könnte nämlich plötzlich alles vorbei sein. Er sieht die Leute nacheinander an. Ihr braucht nur mich anzuschauen, dann habt ihr einen, der alles oder fast alles verloren hat. Ein riesiger Schluck, dann fährt er fort. Ich greife mit den Resten meiner Staffel einen russischen Bahnhof an, auf dem über 40 Tankwaggons stehen. Rand voll mit Treibstoff gefüllt. Nach dem ersten Anflug brennen nur drei, also müssen wir nochmal ran. Die russische Flagge schießt wie irre. Beim Hochziehen sticht mich etwas ins Auge. Wahnsinnige Schmerzen, ich kann nichts sehen. Ich fliege blind, von den Kameraden über Sprechfunk gelotst, bis über unseren Flugplatz. Dann mache ich eine Rolle, werfe das Kabinendach ab und steige aus. Meine Me 109 zerschellt zwei Kilometer weiter. Man prostet sich zu. Sanni, Verbandsplatz, Krankenhaus in Kiew, Diagnose. Splitter im Auge, stark verminderte Sehkraft. Was mich am stärksten trifft, die Fliegerei ist passé. Ich grüble und schiebe die Benachrichtigung meiner Frau von Tag zu Tag hinaus. Bin nach einer Woche transportfähig. Man trinkt. Ich soll nach Wien zur Operation. Nehme Verbindung mit meinem Geschwader auf. Werkstattflug nach Danzig mit einer G52. Flughafenkommandant stellt mir PKW, nimmst Fahrer zur Verfügung. Für 10 Stunden. Dann fliegt eine H111 nach Schwichert. Der Hauptmann leert sein Glas, seine Zuhörer auch. Mit einem Affenzahn rast der Fahrer durch sämtliche Kaffs, dann sind wir auf meinem Gutshof. Ich rufe nach meiner Frau. Doch nicht sie, sondern der Verwalter erscheint. Bedröppelte Miene. Ahne nichts Gutes. Frage. Quetsche den Verwalter aus. Ergebnis. Meine Frau besucht zur Zeit einen Gendarmerie-Hauptmann in Berlin, der bei uns mehrere Wochen einkortiert war und dann zum Stabe Himmlers versetzt wurde. Ich setze dem Verwalter zu, bis ich alles weiß. Eindeutige Situation. Fortgesetzter Ehebruch. Mein Vaterhaus betrete ich nicht. Wozu auch? Ich fahre zu meinem Anwalt. Der hat schon meine Eltern betreut. Ich beauftrage ihn, die Scheidung zu veranlassen. Dann soll er den Gutshof verkaufen. Ich, der einzige Erbe. Ich habe die Nase voll. Der Anwalt redet mir den Verkauf aus. Das Geld ist angeblich nicht mehr viel wert. Mir ist alles egal. Vielleicht wird die Situation durch die näher rückende Front geklärt. Das nächste Glas. Man postet sich zu. Die He 111 in letzter Sekunde erreicht, in Wien operiert. Professor konnte 20% der Sehkraft erhalten. Dann Schnellkurs auf der Flak-Schule. Nach Abschluss Marschbefehl nach Lorient. Zwecks Übernahme einer schweren Flak-Batterie. Hier bin ich nun. Morgen früh löse ich den bisherigen Batteriechef ab. Muss dann endgültig Spiegel und Paspillierung wechseln lassen. Von gelb auf rot. Ein Flak-Soldat mit gelbem Spiegel gibt es angeblich nicht. Nach dem ganzen Dilemma werde ich auch noch das verkraften. Das war's meine Herren. Und wie ist hier die Lage im Allgemeinen und im Besonderen? Nach den Ausführungen des Hauptmanns kommt das Gespräch zunächst nur schleppend in Gang. Vieles, was er sagte, könnte auch den hier Anwesenden widerfahren. Wer weiß denn schon, was daheim geschieht. Diese Reaktion hat der Hauptmann nicht erwartet. Dann lasst euch nicht hängen. Heute wird gefeiert. Was uns die Zukunft bringt, ist scheißegal. Prost! Prost! Wohlsein! Wer hat mein Glas leer gesoffen? Nach mehreren Runden stehen den meisten der Alkohol bis zur Oberkante Unterlippe. Der Hauptmann zahlt. Lärm verabschiedet man sich von den Barfrauen. Auf der Straße wird eine Reihe gebildet. Der linke Fuß im Ringstein, der rechte auf dem Bordstein. Man will den Hauptmann an die Spitze setzen, doch dieser winkt ab. Erstens muss an die Spitze der Größte von uns. Zweitens kenne ich mich hier nicht aus. So mimt ein langer Maat den Vorreiter. Auf sein Kommando setzt sich der Trupp im Gänsemarschen Bewegung. Einer hält sich am anderen fest. Endlich wird Tritt gefasst. Die nun im Gleichschritt marschierenden, auf- und abwippenden Kolonnenmänner ählen einem Lindwurm. Der sich durch die dunkle Nacht bewegt. Nur würde der Lindwurm weder Flüche noch Schreie ausstoßen, noch das folgende Lied anstimmen, das nun die besoffene Bande singt. Ein Matrose planscht im Ozean, der schwamm ein großer Hai heran. Und wer beschreibt des Seemanns Schreck? Ein kurzer Ruck, das Ding war weg. Wir in das Gelächter, dann wird weitergesungen. Und als er dann auf Urlaub kam, die Heidi ihn auf Bude nahm. Da schrie sie plötzlich, ach herrje, er fehlt dir ja, der große C. Man nähert sich der Unterkunft, die Reihe löst sich auf. Auf Geheiß des Hauptmanns fordert der UVD bei der Flak-Batterie einen Wagen an. Dauert nicht lange, da hält der PKW vor dem Tor. Abschied vom Hauptmann, die Crew von U714 bedankt sich. Bis bald Kameraden, Fortsetzung folgt. Das Auto verschwindet um die nächste Ecke, die Matrosen torkeln dem dunklen Gebäude zu. Während ihrer Abwesenheit hat jemand ein riesiges Plakat an einer Zimmerwand befestigt. Schau dir das an, passt doch haargenau auf uns, oder nicht? Beifälliges Murmeln, dann liest einer vor. Müde bin ich, geh zur Ruh, decke meinen Bierbauch zu. Herrgott, lass den Kater mein, morgen nicht so schrecklich sein. Schenke mir wieder großen Durst, alles andere ist mir Wurst. Bremen Hauptbahnhof Der Zeiger der großen Bahnhofsuhr springt auf 22.30 Uhr. Draußen im Dunkel pfeift eine Lok. Der SF117 fährt zischend in die Halle ein. Er hat Verspätung, wie so oft in diesen Kriegstagen. Einige Fenster sind notdürftig mit Pappe und Sperrholz vernagelt. Der Pilot eines britischen JABOs wollte sich den Hosenbandorden verdienen. Auf seiner Erfolgsliste zwei Tote, 17 Verwundete, ein beschädigter Sonderfronturlauber. Neue Scheiben können erst im Zielbahnhof eingesetzt werden. Und der ist weit. Der Zug hat Kiel um 18.25 Uhr verlassen. Am übernächsten Tag soll er um 9.10 Uhr den Rest in der Britannien erreichen. Zwischendurch muss er planmäßig 18 Mal Station machen. In Hamburg, Bremen, Oldenburg, Lea, Niveauhaus, Gröning, Zwolle, Amersfoort, Utrecht, Rosendal an Werpen, Gent, Lille, Amiens, Le Mans, Angers, Nantes und Lorient. Dort soll er um 5.12 Uhr einlaufen. Nach Lorient muss noch ein Matrose, der auf dem Bahnsteig steht. Der Maschinenobermaat Karl-Heinz Marre, dessen Urlaub zu Ende geht. Weihnachten ist vorbei. Vorbei die Tage im Kreise der Familie. Mit ihm auf dem Bahnsteig seine Frau Marianne, die das 18 Monate alte Töchterchen Monika auf dem Arm hält. Das Kind schläft in eine Decke gewickelt. Es ist lausig kalt. Umdrein bläst ein steifer Nordost durch die beschädigte Halle. Mit hochgeschlagenem Mantelkragen steht gebeugt der Schiffbauer beim norddeutschen Lloyd, Scharkonski, die Hände in den Manteltaschen vergraben. Neben ihm seine Frau. Das sind Maris Schwiegereltern. Dazu noch einige Verwandte und Nachbarn. Man spricht nicht viel. Der Kloß in der Kehle lässt dies nicht zu. Gespräche führen auch aus der Sackgasse nicht heraus. Die Sackgasse heißt Krieg. Der Rest ist pures Wunschdenken. Wie der Frieden etwa. Frieden? Wie sieht der wohl aus? Einsteigen und Türen schließen. Marre küsst seine Frau und das Kind. Streicht der Schwiegermutter übers Haar. Verabschiedet sich von den anderen. Der SF ruckt an. Ein Schaffner hält die Tür auf. Marre springt auf den bereits fahrenden Zug. Tschüss K1 ruft Frau Marianne mit Tränen in den Augen. Der Obermarte winkt nur heftig. Sagen kann er nichts. Der Zug rumpelt über einige Weichen. Dann hat ihn die Nacht verschluckt. Die Werftprobefahrt am 30.12.43 verläuft ohne Beanstandung. Der Robert Marre hat die Motoren getestet. Seine Kameraden haben alle Waffen und Geräte geprüft. So kann der Leitenden Ingenieur dem Kommandanten am 31.12.U714 als werftfertig melden. Oberleutnant Schwäbke bittet die Offiziere in die Zentrale. Er gibt den Auslauftermin bekannt. Es ist der 6. Januar 1944. Während noch weitere Einzelheiten besprochen werden erscheint ein Melder. Der Kommandant wird zum Flotillenchef befohlen. Dieser teilt ihm mit, dass U714 noch vor dem Auslaufen eine 3,7 cm Kanone erhält. Werftarbeiter nehmen Veränderungen am Schanzkleid und am Wintergarten vor. Dann wird die 3.7 montiert. Der Werftmeister weiß Wunderdinge von dieser automatischen Flak zu berichten. Sie ist ein Gasdrucklader mit einer V0 von 840 m pro Sekunde. 80 Schuss können pro Minute abgegeben werden. Die Organisation lässt wie so oft viel zu wünschen übrig. Beim Einlaufen des Bootes am 3.12. hat niemand etwas von der Kanone gewusst. Infolgedessen war auch eine Beschickung des 3,7 cm Leerganges während der Liegezeit nicht vorgesehen. Nun muss erst ein Ausbilder angefordert werden. Dieser trifft aber erst am 8. Januar ein. An diesen und dem folgenden Tag wird die Geschützbedienung ausgebildet. Zwischendurch wird das U-Boot mit Proviant versorgt. Frischfleisch, Gemüse, Obst, Dauerwürste und geräucherter Schinken verschwinden im Turmlug. Dazu Unmengen von Konserven. Jeder kleinste Hohlraum wird genutzt. Dem Koch stehen die Haare zu Berge. Muss er doch jederzeit wissen, wo etwas verstaut ist. Für die Unterbringung der Vorräte ist der Obersteuermann zuständig. Um diese Aufgabe beneidet ihn niemand. Jedes U-Boot muss vor dem Verlassen des Hafens entmagnetisiert werden. Dies geschieht im Dock durch das Heranführen eines schweren Kupferkabels, durch das von Land aus ein starker Strom geleitet wird. Mit dieser Maßnahme wird der Schiffsmagnetismus abgeleitet. Das Verfahren bedarf nach einigen Monaten der Wiederholung. Das Entmagnetisieren, kurz Schleife genannt, kann an U714 erst am 10. Januar durchgeführt werden. Ursache technische Panne. Der Flotillenchef befiehlt daher das Auslaufen für den 11. Januar 1944. Um 17 Uhr heißt es Lein los. Hinter der Ile Le Grand warten 3 Minenräumenboote, die nun das Geleit übernehmen. In der Nacht gegen 2.30 Uhr wird ein Tieftauchversuch unternommen, der 90 Minuten dauert. Dabei säuft der Magnetkompass ab, ansonsten gibt es keine Beanstandung. Dann taucht U714 auf. Obwohl bis 15 Minuten vor Durchbrechen der Wasseroberfläche das Geleit durch Hochpeilung geordnet wird, ist die See leer. Die Räumenboote können trotz heller Nacht nicht gefunden werden. Das U-Boot taucht erneut zum Horchen. Vergebens, das Geleit bleibt verschollen. Der Kommandant lässt auftauchen. Mit kleiner Marschfahrt wird die Suche fortgesetzt. Vor 7 Uhr sichtet der Ausguck den nach Lorient laufenden Fischdampfer Lamadie. Das U-Boot ändert seinen Kurs und fährt auf den Kutter zu. Nicht alle französischen Fischdampfer bringen nur Hering an Land. Zeitweise werden Kisten voller Waffen und Munition ausgeladen, die für die Résistance bestimmt sind. Manchmal schleicht auch ein Agent von Bord. Die deutschen Dienststellen wissen das, doch werden die Besatzungen selten auf frischer Tat ertappt. Lamadie scheint nicht Astrain zu sein. Nach Rücksprache mit dem Kommandanten begibt sich deshalb Oberleutnant Mertens an Bord des Fischdampfers. Freiwillig mit Pistole und Handgranate ausgerüstet. Er wird nun das Treiben der Besatzung bis zum Festmachen beobachten. Das U-Boot verschwindet im Dunst und trifft eine halbe Stunde später auf das Geleit. Der dienstälteste Räumbootkommandant wird vom Übersteigen des Oberleutnant Mertens unterrichtet. Kurz vor 8 Uhr wird das Geleit entlassen. U7 Mainz 4 taucht zum Unterwassermarsch. Der Buch der U7 Mainz 4 zeigt in Richtung Kanada. 271 liegen an. Die Fahrt beträgt in Tauchtiefe 1,5 Seemeilen. So schafft das Boot in 24 Stunden 140 Seemeilen über Wasser, 12 Seemeilen unter Wasser, also 152 Seemeilen. Um 22 Uhr durchbricht U7 Mainz 4 die Wasseroberfläche zum Auflademarsch. Der Himmel ist bedeckt, es regnet. Im KTB wird mittlere Sicht notiert, die See ist ganz ruhig, der Wind nicht nennenswert. Das Barometer zeigt 1027 MB an. Mit 13 Seemeilen wird weiter ein Kurs von 271 gesteuert. Das richtige Wetter zum Ausspannen, Schlafen, Dösen, könnte man glauben. Man könnte, aber dem ist bei weitem nicht so. Hektische Betriebsamkeit. Im Kühlmantel, der Steuerbord, abgassame Leitung, wird ein 15 cm langer Riss entdeckt. Der Li wird herangeholt, kaum dass er 20 Minuten geschlafen hatte. Fluchend jumpt er aus der Koje. Was ist los, Mare? Schauen Sie sich diesen Riss an, Ali. Es dürfte schwer werden, ihn mit Bordmitteln zu beheben. Der Leitende legt sich auf den Rücken. Er muss aufpassen, dass er vom austretenden Kühlwasser nicht besprüht wird. Eine grandiose Scheiße, mühsam zieht sich der Ingenieur hoch, muss dem Kommandanten Meldung machen. Inzwischen fangen Sie schon mit Ihren Leuten an, Mare. Vielleicht lässt sich das Leck zuschweißen. Wir können doch nicht umkehren. Wüsteflüche murmelt, verschwindet er in der Zentrale. Auf Mares Befehl wird das Schweißgerät herangekarrt. Während es betriebsbereit gemacht wird, versucht der Obermann mit seinen Helfern den Riss zu verpacken und fest zu flanschen. Vergebens. Der Riss befindet sich direkt an der Unterseite des Verbindungsflansches. Auf die versuchte Weise ist ein Abdichten nicht möglich. Die Dieselbillchen sind durch das herausströmende Kühlwasser fast immer voll, deshalb muss die Hauptlenzpumpe pausenlos laufen. Wenn nur diese qualvolle Enge nicht wäre. Mit den überlangen Schraubenschlüsseln stößt man andauernd an. Man schrammt sich die Knochen, jeder hat mindestens ein Dutzend blauer Flecken. Die Körpergleichen vertreten Fragezeichen, Keuchen, Stöhnen, lästerliche Flüche und Verwünschungen. Der erste Schweißversuch läuft an. Aber nicht nur Mare und seine Leute arbeiten pausenlos. Das KTB spricht von einer ausgefallenen Naxos Antenne und von einem Defektmotor der Wanze. Nun hat der BDU seit jeher Schwierigkeiten mit den Ortungs- und Navigationsgeräten. Der größte Schock jedoch wird ihm im Juli 1943 versetzt. Ein Funkmessleertrupp der Marinegruppe West stellt in Zusammenarbeit mit dem Fliegerführer Atlantik auf dem Flughafen Bordeaux-Marignan fest, dass der auf den U-Booten installierte passive Peilempfänger Metox eine sehr starke Eigenstrahlung besitzt. Angeblich kann man die Boote bis 90 Seemeilen orten. Das sagt auch ein abgeschossener englischer Pilot in Dulac Oberursel dem Vernehmungslager der Luftwaffe aus. Strahlend wie Christbäume fahren die U-Boote auf der See. Es ist ein Kinderspiel sie zu orten. Damit ist zum Beispiel das Massensterben der Tauchboote im letzten Drittel des Juli geklärt, als 22 Boote vernichtet werden. Verständlich sind nun auch die Ortung durch die Gegner bei Nacht und Nebel und das an den Nerven zerrende Spurlose verschwinden. Das Rätsel scheint gelöst zu sein. Dönitz befehlt das sofortige Abschalten des Metox auf allen Booten. Dann meldet er sich zu einem Gespräch unter vier Augen bei Hitler an. Nun ist aus englischen Dokumenten, die vor kurzer Zeit freigegeben wurden, herauszulesen, dass die vereinfachte Ortung aufgrund der Eigenstrahlung des Metox nie ausgenutzt wurde. Dies dürfte nicht ganz richtig sein. Natürlich ist die Eigenstrahlung nur minimal an dem Desaster schuld. So haben die Alliierten ab 1942 ihre Geleitschiffe mit der Sichtpeilanlage HuffDAV High Frequency Direction Finder sowie mit der Seeversion des Rotterdam Gerätes, ein 9cm ASV Gerät, auf das der Metox nicht anspricht, ausgerüstet. Wie schlimmer noch ist die Tatsache, dass den Engländern über lange Perioden die Entschlüsselung deutscher Funksprüche gelingt. Zurückzuführen ist diese Möglichkeit, die mit Gravieren zum Untergang des Dritten Reiches beiträgt, auf einen Coup, den die Briten am 9.05.41 durchführen. An diesem Tag wird U-110 und der Kapitänleutnant Lamp durch Wasserbomben zum Auftauchen gezwungen. Die Selbstversenkung misslinkt. Engländer entern das Boot und erbeuten die deutsche Schlüsselmaschine Enigma nebst allen geheimen Funk- und Verschlüsselungsunterlagen. Hiervon erfahren die Deutschen bis zum Kriegsende nichts. Nach der Pleite mit dem Metox darf kein deutsches U-Boot auslaufen, wenn es nicht den neu konstruierten Wellenanzeiger, inoffiziell Wanze genannt, mit der Antenne Bali eingebaut hat. Deshalb verschiebt sich die Wiederaufnahme des U-Boot-Krieges im Nordatlantik auf September 1943. Doch auch dieses Gerät hat Mängel. Es neigt zur Selbsterregung und täuscht eine Radarerfassung vor. Aus diesem Grunde wird bald auf das von der Firma Hagenuk in Kiel hergestellte FUMB9 umgerüstet. Neben der Wanze sind die U-Boot mit einem Naxos-Gerät ausgerüstet. Es handelt sich um einen Warnempfänger gegen feindliche Flugzeuge und Radar. Der Kalender zeigt den 13. Januar 1944 an, als um 4 Uhr morgens die Wellen über U714 zusammenschlagen. Während die zuständigen Spezialisten die Schäden an der Naxos-Antenne und am Wanzenmotor in relativ kurzer Zeit mit Bordmitteln beheben können, arbeiten die Männer um Obermarten Marre nun schon pausenlos seit 8 Stunden. Entkräftet, mit Öl und Dreck beschmiert, starten sie den dritten Schweißversuch. Vergebens. Der Riss scheint langsam größer zu werden. 10 Minuten Pause. Die verschwitzten Gestalten sacken dort zusammen, wo sie sich gerade befinden. Sie haben die Bodenplatten noch nicht berührt, da schlafen sie schon. An der Abgassammelleitung lädt Marre, völlig ausgepumpt, fertig. Mit entzündenden Augen schaut er auf die andere Seite des Durchganges, wo der LI steht. Der sieht auch nicht besser aus. Seine Arme hat er hinter irgendwelche Rohrleitungen geschoben. Er hängt mehr, als er steht. Was glauben Sie, Marre, wenn wir es schaffen? Ich sehe da schwarz, Ali. Alle Versuche sind bisher in die Hose gegangen. Ob da nicht irgendein krummbeiniger Hurensohn von Werftarbeiter seine beschissenen Wichsgriffel im Spiel hatte, ist ja schon oft genug da gewesen. Könnte also auch hier Sabotage sein. Ich habe den Riss genauestens untersucht, Ali, weil ich die gleiche Vermutung hatte, aber ich habe keine Anzeichen für irgendeine Manipulation entdeckt. Die Sauerei ist schlimmer als Huerei und Notzucht am Karfreitag, heult der LI auf einmal los, fährt aber gleich darauf sachlich fort. Marre, sehen Sie sich jetzt Ihre Koje für eine Stunde von innen an? Ich mache hier weiter. Sie lösen mich dann ab. Schon gebongt, Ali. Vor Erschöpfung taumelnd verschwindet der Obermart im Halbdunkeln. Alle Anstrengungen sind umsonst. Obwohl die Männer das Letzte hergeben, ist der Schaden mit Bordmitteln nicht zu beheben. Nach 24 Stunden härtester Arbeit gibt der Ali auf und macht Schwebke die entsprechende Meldung. Es besteht die Gefahr, dass der Kühlmantel rundherum reißt. Der Kommandant nickt, hat die Lippen zusammengepresst, überlegt. Wir müssen zurück. Rudergänger, neuer Kurs, 092. Funker, FT vorbereiten mit kurzer Erläuterung bezüglich Rückmarsch. Einlaufhafen erfragen. 1WO, Boot fertig machen zum Auftauchen. 22.30 Uhr, durchschneidete Turm, die Wasseroberfläche. Der Führer der Unterseeboote, Westfunkt, um 6.39 Uhr. Einlaufen, Schwebke ist Lorient. U714 marschiert seit 4 Uhr unter Wasser. Nach dem Auftauchen um 22.35 Uhr wird per Funk der Geleitschutz angesprochen. Geleit Wintermeyer erscheint um 6.40 Uhr auf der KIM und nimmt 20 Minuten später das U-Boot unter seine Fittiche. Es ist 9 Uhr, als der Befehl die E-Maschinen stoppen lässt. U714 hat wieder in Lorient festgemacht. Zwischen dem 16. und 19. Januar werden Kühlmantel und Abgassammelleitung ausgewechselt. Repariert werden auch der Magnetkompass, die Wanze und das Naxosgerät. Frischproviant wird übernommen, anschließend ein Schlusstrimmversuch durchgeführt. Dann ist das Boot seeklar. Bei schlechter Sicht läuft U714 zusammen mit U967 am 20. Januar aus. Lorient verschwimmt im Dunst. Das Geleit wird von drei Minenräumbooten gebildet. Die Uhr zeigt 4.06 Uhr an, als U714 nach einem Tieftauchversuch wieder an der Oberfläche erscheint. Ins KTB wird eingetragen WSW2, Seegang 2, geringe Bewölkung, gute Sicht, 1032 MB. Die Brückenwache gibt sich die größte Mühe, das Geleit wieder zu finden. Beim ersten Auslaufen am 12. Januar ist es glückt, heute nicht. Bei hell werden verschwindet das Boot in die sichere Tiefe, wo es bis 23.13 Uhr verbleibt. 17 Minuten später spricht das Naxosgerät an. Alarmtauchen. Nichts geschieht. So wird der Auflademarsch über Wasser ab 0.30 Uhr fortgesetzt. Kurs 272 liegt an. Tagsüber fährt das Boot in 80 Meter Tiefe. Als die Uhr 22.45 Uhr anzeigt, lässt Schwebke anblasen. Das Turmbluck wird aufgestoßen. Die Brückenwache kleidet heraus. Der aus Südwesten kommende Wind heult mit Stärke 7 in den Aufbauten. Der Seegang wird mit 6 gemessen. Das Barometer zeigt nur noch 1016 MB an. Die Männer schnallen sich an, um nicht über Bord gespült zu werden. Nach wenigen Minuten haben sie keinen trockenen Faden mehr am Leib. Die Nachtgläser vor die entzündeten Augen gepresst, versuchen sie zwischen den einzelnen, über den turmfegenden Brechern, in ihren Sektoren etwas zu erkennen. Mitternacht ist vorüber. Das Wetter ändert sich nicht. U7-1-4 schlägt in die Wellentäler, kränkt über, wird zum Spielball der Wogen. Die Brückenwache ist übel dran. Jedem brennt der Hals. Der Kragen der Südwester scheuert die Haut auf. Das Salzwasser verdoppelt den Schmerz. Ein Schlag nach dem anderen trifft den Turm. Zischend leckt die See hoch, begräbt die Wache in reißenden Strudeln, läuft über den Wintergarten gurgelnd ab. Immer wieder schlagen die Brecher zu. Der Bug ragt steil in die Luft, um im nächsten Augenblick klatschend in einer Wand von Gischt zu versinken. Dann wird für wenige Augenblicke das Heck sichtbar, bevor es gleich wieder in einer gewaltigen See verschwindet. Der 2WO bittet den Kommandanten auf die Brücke. Schwebke zieht das Ölzug über und klettert aus dem Flug. Er muss sich mit äußerster Kraft am Schanzkleid festhalten. Die See tobt. Um die Brückenwache nicht noch stärker zu gefährden, lässt der Kommandant den Kurs auf 3-5-0 legen. Die See kommt jetzt schräg von Achtern. Der Sturm nimmt zu. Bei Wechseln der Sicht wird Meeresleuchten registriert. Als sich ein Mann der Wache am Bein verletzt, lässt Schwebke tauchen. Den ganzen Tag steuert das Boot Unterwasserkurs 1-8-0. Eine Stunde vor Mitternacht wird aufgetaucht zum Auflademarsch. Neuer Kurs 2-7-2. Die Borduhr zeigt 2.10 Uhr am 24. Januar an, als ein Ausguck in seinem Sektor einen dunklen Schatten entdeckt. Dieser entpuppt sich beim Näherkommen als deutsches 9C-Boot, das Richtung Heimathafen steuert. Erkennungssignale werden ausgetauscht. Kurze Zeit später wird es von einer Nebelwand verschluckt. Eine halbe Stunde nach dieser Begegnung begibt sich U7-1-4 auf Tauchtiefe. Dort bleibt es bis kurz vor 23 Uhr. Nach dem Auftauchen wird festgestellt, dass der Sturm nur unwesentlich nachgelassen hat. Die schwere vorderliche See zwingt den Kommandanten 250 zu steuern. Kurz nach Mitternacht ortet die Wanze auf 150 cm. Das Boot schießt steil in die Tiefe, wo es bis 1 Uhr verbleibt. Anschließend fährt es noch 2 Stunden über Wasser. Dann schlagen wieder die Wellen über dem Turm zusammen. Am 26. Januar fällt der Steuerbaudiesel kurz nach Mitternacht aus. Ein Stehbolzen vom Kipphebelblock des Einlassventils ist abgebrochen. Wieder ist der Maschineobermatt Marre für die Reparatur zuständig. Mit seinen Gasten arbeitet er fluchend über 2 Stunden, bis der neue Bolzen steht. Kurz darauf schneidet das Boot unter. Der 27. und 28. Januar vergehen ohne besondere Ereignisse. Das ändert sich am 29. Januar, als um 14.16. folgender Funkspruch eingeht. Invasionsmeldung aufgeklärt. Keine Landungsboote, sondern neutrale Fischdampfer. Gruppe Hinein und Stürmer tauchen. Weitere Befehle folgen. Auslaufende Biskaya-Boote. Ferner Schwebke. Bremen. Seehausen. Ausmarsch fortsetzen. Der Kommandant berät mit dem 1. Wachoffizier. Da fehlt ein FT. Auf Empfangstiefe bleiben. Der Tiefenrudergänger pendelt das Boot bei 15 Meter ein. Gleich darauf fastet der Funkmart herbei. Ein weiteres FT, Herr Oberleutnant. Schwebke lässt den Spruch entschlüsseln. FT 0835 2961. Gruppe Stürmer Schwebke, Bremen, Seehausen mit höchster Dauerfahrt ohne Rücksicht auf Luftmarschquadrat BR-50 ansteuern. Landungsverband gesichtet. Wäre eine Superscheiße geworden, dieser Rückmarsch ohne Rücksicht auf Verluste, meinte 1WO. Schwebke nickt. Am 29. Januar werden die U-Boute wegen eines falschen Invasionsalarms nach Frankreich gerufen und anschließend in neue Angriffsräume befohlen. Auf U714 geht der zweite Funkspruch, der alles aufklärt, vor dem ersten Rhein. Das passierte gar nicht so selten. Schuld an diesem Phänomen ist die Längstwelle um die 28.000 Meter, welche in der Lage ist, die Meeresoberfläche bis an eine Tiefe von rund 20 Meter zu durchdringen. Dadurch ist es möglich, den in dieser Wassertiefe fahrenden Unterseebooten Meldungen auf dem Funkwege zukommen zu lassen. Hält sich aber ein U-Boot in größeren Tiefen auf, ist es funktechnisch von der Welt abgeschnitten. Nun werden alle Funksprüche in bestimmten Zeitabständen wiederholt. Fährt dann ein Boot zu spät auf die vorgesehene Programmtiefe, kann es, wie hier bei U714, zu den geschilderten falschen Reihenfolgen kommen. Im Laufe des 30. Januar müssen Reparaturarbeiten am Wandsmotor und am gebrochenen Kabel der Naxos-Antenne durchgeführt werden. Am 31. Januar, während der Tauchfahrt am Vormittag, werden mehrere Wasserbomben-Detonationen gehört. Sorgen bereitet die neue 3,7 cm Kanone. Nach jedem Unterwassermarsch hat sie Ladehemmung. Erst nach langwierigen Überholungsarbeiten und mehrfachem Anschießen ist sie gefechtsklar. Umdrein sind zwei druckfeste Behälter mit 3,7 cm Munition abgesoffen. Dann stellt man fest, dass die Tauchtiefe von nur 80 Metern so auf die Munition einwirkt, dass sie unbrauchbar wird. Damit sind rund 25% der ohnehin sehr knapp bemessenen 3,7 cm Munition von insgesamt 1050 Schuss ausgefallen. Als das U-Boot am 01.02. um 04.50 Uhr auftaucht, vorher musste es zweimal wegen Naxos-Ordung in die Tiefe, wird eine Aphrodite gestartet. Hierbei handelt es sich um einen von der Firma AEG hergestellten Ballon mit Dipolstreifen, also Aluminiumfolien und Schleppanker. Der Ballon wird mit Wasserstoffgas gefüllt. Die Folien stören die Empfangsgeräte des Gegners und verhindern damit eine einwandfreie Ortung des Unterseebootes. Insgesamt werden 3 Aphroditen gestartet, dann zwingt eine Naxos-Ordung zum Alarmtauchen. Der Kurs beträgt 0 Grad, das Boot steuert genau nach Norden. Es ist 2 Uhr nachts, am 3. Februar 1944, als U-714 die befohlene Position erreicht. Zur Überwachung des Angriffsraumes werden wechselweise Nord- und Südkurs gesteuert. Bei guter Sicht und Windstärke 4 verstärken der Kommandant und der 2WO den Ausguck. Doch Kim und Himmel bleiben leer. Zu Mittag weist das Etmal eine Fahrtstrecke von 93 Seemeilen aus, davon 24 Seemeilen unter Wasser. Eine gute Leistung. Die Besatzung kann ausruhen, der Gammelbetrieb stellt keine großen Anforderungen. Briefe werden geschrieben, die irgendwann abgeschickt werden sollen. Irgendwann. An diese vage Zeitbestimmung sind die Lords gewöhnt. Am nächsten Tag bringt ein Kurzzignal von Kapitänleutnant Bremen, der einen Geleitzug ausgemacht hat. Usi Mainz 4 steht zu weit nördlich, um mitmischen zu können. Im Kriegstagebuch ist unter dem 6.2. vermerkt, dass Schwebke bereits seit 5 Tagen an einer Magenerkrankung leidet. Da die Bootsführung durch den Kommandanten nicht mehr sichergestellt ist, werden auf Anraten des Bordarztes möglichst lange Unterwasserfahrten eingelegt. Dadurch erhofft er sich eine schnelle Genesung des Patienten. Bis zum 10. Februar gehen einige Funksprüche bezüglich neu zu besitzenden Angriffsräume ein. Insgesamt sind an diesem Tage 29 deutsche U-Boote im Nordatlantik unterwegs. Eines der bekanntesten deutschen U-Boote ist U-283. Am 20. September 1943 torpediert er den Konvoi ON-202 und dort zwei große Frachter. Von einem Fächer bestehend aus vier Torpedos treffen am 22.09 drei. Drei Handelsschiffe sinken. In der Nacht vom 10. auf den 11. Februar 1944 fährt dieses Boot über Wasser südwestlich der Faroea-Inseln zwecks Aufladung der Batterien. Der Seegang ist minimal, auch vom Wind ist nicht viel zu spüren. Der Kommandant Oberleutnant zu sehen, Ney, hat den Ausguck verstärkt und gut daran getan. Aus der niedrig hängenden Wolkendeckel blitzt ein Scheinwerfer auf, mit heulenden Motoren setzt die mit Leilight ausgestattete Wellington zum Angriff an. Die Alarmklingeln peitschen die Bedienungen an die Geschütze, jeder weiß worum es geht, die Leuchtspur weist den Weg zum Ziel. Da, der Brite ist getroffen. Aus dem Leitwerk der Maschine schlagen Flammen. Sie verliert stark an Höhe, rauscht am Heck des Bootes vorbei und schlägt in Sichtweite aufs Wasser. Die Squadron 407 RCAF hat ein Flugzeug weniger. Die Geschützbedienungen reisen vor Freude die Arme hoch, ein Abschuss wie im Bilderbuch. Ganz tief über dem Wasser greift eine weitere Wellington an. Deren Scheinwerfer hat das Boot erfasst. Die Geschütze auf dem Turm werden herumgerissen, erste Feuerstöße rattern in die Nacht. Zu spät. Die Bombe ist bereits ausgeklingt. Sie trifft mit Schiffs. Eine Generation hebt U-283 aus seinem Element. Dem vorbei rasenden RAF-Piloten quälen die Augen aus dem Kopf. Ein fliegendes U-Boot hat er noch nie gesehen. Im nächsten Moment reißt eine furchtbare Explosion das Schiff auseinander. Dort, wo noch vor wenigen Sekunden ein deutsches U-Boot fuhr, bereitet sich eine dreckige, langsam größer werdende Öllache aus. Der Engländer Lee hat einen Scheinwerfer konstruiert, welcher in den Bombenschacht der Wellington passt. Die deutschen U-Boote werden in der Nacht mit Radar erfasst, anschließend angestrahlt und mit Bomben belegt. Wie U-283. Doch nicht nur das letztgenannte Unterseeboot verdankt sein Untergang dem Lay-Light-Scheinwerfer. In der gleichen Nacht marschiert U-545 mit 12 Seemeilen der befohlenen Position entgegen. Es ist ein Boot des Typs 9C-40 mit einer Wasserverdrängung von 1144 m³ mit einer Länge von 76,8 m. Seine zwei Dieselmotoren leisten 4400 PS. Die Batteriekapazität reicht für 1000 PS unter Wasser. Die Diesel brummt gleichmäßig. Der Ausguck sucht jede Wolke ab. Auf der Brücke sind zusätzlich einige Matrosen, die frische Luft schöpfen wollen. Der Zwoviower mahnt die Männer aufzupassen. Die verfluchten Tommys schlafen nicht, er soll Recht behalten. Flugzeug an Steuerbord, brüllt der Ausguck und springt an die Kanone. Geschützbedienung raus, schreit der Kommandant. In diesem Moment bellt die erste Flak los. Der Wellington Bomber fliegt einen Halbkreis und greift von Achtern an. Er benutzt das bodelnde Kielwasser als Zielspur. Der Lay Light ist eingeschaltet, hat aber wegen der ungünstigen Schräglage das Boot noch nicht erfasst. Die Geschützbedienungen tun ihr Bestes. Sie haben das Ziel optisch aufgefasst und schicken dem Angreifer einen Hagel von Geschossen entgegen. Die Wellington wird getroffen, macht einige sprunghafte Bewegungen, Fetzen der Maschine machen sich selbstständig. Es sieht aus, als ob der Britte in der Luft abmontieren wollte. Aber er behält seinen Generalkurs bei und klingt aus. Die Geschosse haben ihn nur unwesentlich verschwenken lassen. Die Bombe schlägt einige Meter neben dem U-Boot ein und erzeugt eine riesige Wassersäule. Nun hat aber die Flak das Flugzeug voll von der Seite erwischt. Man sieht die Geschosse im Rumpf einschlagen. Ein jeder Ausschlag des Höhenruders lässt den Wellington fast senkrecht steigen. Ein greller Blitz begleitet von einem fürchterlichen Knall. Splitter und Teile der Maschine zischen auf beiden Seiten des U-Bootes ins Wasser. Einige schlagen auf Deck. Verletzt wird jedoch niemand. Bleich schauen sich die Leute auf den Turm an. Dieser Scheißkrieg dieser Verfluchte. Der Richtkanonier an der 3,7 kann seine Meinung nicht mehr an den Mann bringen, da ein Schrei aus dem Inneren des Bootes einen Schwall von nicht salonfähigen Kommentaren auslöst. Wassereinbruch im Bugraum. Die Männer verschwinden, alle voran der Kommandant. Hastig im Turmlug. Nur die Brückenwache bleibt oben. Die Ferngläser an die Augen gepresst, untersuchen sie jeden Zentimeter des Horizonts und des Himmels. Denn ein Ei im Nest ist selten und wo ein Flugzeug brummt, ist gewöhnlich ein zweites nicht weit. Kapitän Leuter an Mannesmann steht in der Zentrale und nimmt die Meldung entgegen. Es sieht nicht gut aus. Die Denunation der Bombe hat im Bugraum eine Beschädigung des Druckkörpers bewirkt. Aus einem Riss schießt in hohem Bogen ein Wasserstrahl und zerstäubt auf einem Ersatztorpedo. Die Lenzpumpe läuft. Vorerst schafft sie die eintretende Wassermenge. Ein Tiefenruder klemmt. Einige Ventile ziehen Wasser. Der Kompass sieht ohne Glas und Nadel so leer aus. Ruderanlage beschädigt. Treibstoff läuft aus. E-Maschine Steuerbord Achsenflansch gerissen. Noch einige Hiobsmeldungen. Dreckig und Öl verschmiert taucht der Leideningenieur auf. Reparaturarbeiten angelaufen, Herr Calloin. Werden wir es schaffen, L.I.? Schwer zu sagen. In 30 Minuten werden wir es wissen. Er klettert durch den Kugelschottrahmen. Die Besatzung arbeitet fast wortlos. Nur deftige Flüche sind durch das Klopfen und Hämmern hörbar. Jeder setzt das Äußerste an Kraft und Schnelligkeit ein, denn jeder weiß, worum es geht. Bisher hat man vergebens versucht, das Leck abzudichten. Obwohl die Lenzpumpe auf vollen Touren läuft, sind die Flurplatten bereits überflutet. Ein Stromkabel muss einen Wackelkontakt haben. In verschiedenen Sektionen fällt zeitweise das Licht aus. Werkzeuge werden hin und her geschleppt. Halblaute Anweisungen, Befehle. Der L.I. hat jeden Schaden begutachtet und sich Notizen gemacht. Dann baut er sich vor dem Kommandanten auf. Wir können nicht mehr tauchen, Herr Calloin. Beide wissen, dass allein schon diese Tatsache zur Aufgabe des Bootes zwingt. Bald wird es hell, dann liegen sie hier wie auf einem Präsentierteller. Er zählt die anderen Schäden auf. Nichts mehr zu machen, Herr Calloin. Mannesmann starrt unbeweglich vor sich hin. Er ist ein alter U-Boot-Hase, fuhr früher bei Hartenstein als 1WO, kann die Lage übersehen und einschätzen. Er weiß auch, wann der Knochenmann ausholt. Funker, Herr Calloin. Sofort FT mit folgendem Text. Fliegerbomben. Boot lässt sich nicht mehr halten. Muss nach Aufnahmebesatzung versenken. Mannesmann. Dann schaltet er die Bordelautsprecher ein. Alles mal herhören. Gerade PFT um Übernahme der Besatzung gebeten. Unser Boot lässt sich nicht mehr lange halten. Strengt euch an, Männer, dass wir nicht vor dem Eintreffen eines Retters nasse Füße kriegen. U-714 marschiert über Wasser und lädt dabei die Batterien für die E-Maschinen. Der Kommandant hat sparsame Marschfahrt befohlen. Das Boot durchflügt mit 10 Seemeilen die Wellen. Bei mittlerer bis schlechter Sicht sucht der Ausguck routinemäßig die Sektoren ab. Es ist der 11. Februar 1944. Die Borduhr zeigt 4.57 Uhr an. Der diensthabende Funke springt aus seiner Kabine. Schräg gegenüber befindet sich die spartanisch ausgestattete Kurie des Kommandanten. Der grüne Vorhang ist zugezogen. Der Oberleutnant schläft. Als der Funke den Vorhang zurückreißt, fährt Schwebke hoch. Herr Oberleutnant, Mannesmann sendet SOS. Dann liest er den Funkspruch vor. Schwebke springt aus der Kurie und hastet in die Zentrale. Der Wachhabende, leicht dösend am Seerohr gelehnt, fährt hoch und meldet Keine besonderen Vorkommnisse, Herr Oberleutnant. Bis jetzt, mein Lieber, bis jetzt. Lassen Sie den 1 und 2WO sowie den diensthabenden Dieselheizer holen. Wo ist unsere Position? Auf ein Wink des Wachhabenden spurtet der Zentralmarkt los. Dann zeigt der 1. auf einen Punkt in der ausgebreiteten Seekarte. Hier etwa, Herr Oberleutnant. Schwebke lädt gerade das Lineal an. Da erscheinen die Wachoffiziere. Meine Herren, Mannesmann singt. Wir müssen helfen. Koppeln Sie schnellstens seinen und unseren Kurs. Beide Offiziere fangen an zu rechnen. Obermann Marit zur Stelle. Schwebke fährt herum. U-545 sinkt. Wir müssen mit AK hin. Haben Sie etwas gegen die Fahrstufe einzuwenden? Nein, Herr Oberleutnant. Die Diesel laufen bestens. Dann wollen wir mal. Während Marit zu seinen brummenden Schützlingen verschwindet, ruft der 1WO dem Kommandanten zu. Mannesmann in 1, 2, 0 Grad. Beide Maschinen äußerst die Kraft voraus. Kurs 1, 2, 7. Maschinentelegraphen und Ruder werden entsprechend bedient. Das Boot vibriert. Die Diesel laufen unter Volllast. Bald ist die Höchstgeschwindigkeit von 17 Knoten erreicht. Es ist 5.35 Uhr. Schwebke klettert auf die Brücke und instruiert die Wache. Mannesmanns Hilferuf erreicht nicht nur die in See stehenden Unterseeboote, sondern auch die Befehlstelle des FDU West. 11 Minuten läuft U714 mit AK. Dann geht folgendes FT der Befehlstelle ein. Ney und Sieder sofort zu Mannesmann gehen. Mannesmann Peilzeichen senden. Schwebke lässt ab 6.05 Uhr 325 steuern. Die Marschfahrt auf 10 Seemain reduzieren und ins KTB eintragen. Auf diesen Entscheid der Führung gehe ich auf alten Kurs und steuere weiter meine Position an. Zumal nach meiner Rechnung Ney und Sieder mindestens ebenso günstig stehen wie ich. Von der Freiwache stilfte auf U714 niemand mehr. Die Betriebsamkeit und der Lastwechsel der Diesel haben sie aus den Kojen getrieben. Man spricht Verhalten über die Kameraden, die vielleicht gerade in dieser Stunde um ihr Leben kämpfen. Eine halbe Stunde später legt der Funker den Kommandanten das FT 0618 11 766 vor. 1. Boote im Umkreis von 80 Seemeilen um AM 1545 sofort zum Mannesmann gehen. 2. Diese Boote sowie Ney Sieder diesen Befehl durch Standortkurzsignal bestätigen. 3. Mannesmann sendet Peilzeichen gemäß Kriegsbefehl. Äußerste Kraft Kurs 163 Grad ruft Schäbke. Dann wird die eigene Position nach Frankreich gemeldet. Mit dröhnenden Dieselmotoren schwenkt das Boot auf den neuen Kurs. In beiden FT's spricht die deutsche Führung von Ney, dem Kommandanten von U283. Zu dieser Zeit weiß noch niemand, dass Oberlander zur See Ney und seine Besatzung, wie vorher beschrieben, vor wenigen Stunden den Seemannstod gefunden haben. Um 8.40 Uhr werden schwache Peilzeichen von U545 in 129 Grad gehört. Schäbke ändert den Kurs entsprechend. Das Peilzeichen wiederholt sich eine halbe Stunde später. Neue Kursänderung auf 122. Der verstärkte Ausguck meldet einen großen Treibölfleck und starken Brennstoffgeruch. Um 9.40 Uhr kommt Backbord voraus, ein U-Boot in Sicht. Erkennungssignale werden ausgetauscht. Es ist U545. Nun beginnt eine Aktion, die an Dramatik ihresgleichen sucht. U545 liegt bewegungsunfähig. Die Übernahme der Besatzung wird sofort mit 4 Mann Schlauchboden eingeleitet. Der Wind nimmt zu. Regenschauer machen den Wachen auf beiden Brücken zu schaffen. Die Zeissgläser werden in die Türme hinuntergereicht, dort trocken gerieben und dann dem Ausguck wieder in die klammen Hände gedrückt. Das Spiel wiederholt sich laufend. Der Himmel ist bedeckt. Die Sicht wechselt. Schweb gab bei Windstärke 4 die größte Mühe, U714 in eine für die Übernahme günstige Position zu bringen und zu halten. Die Diesel bewegen das Boot mal rückwärts und mal vorwärts. Der Rudergänger kommt der schnellen Befehlsfolge kaum nach. Ein Teil der Besatzung befindet sich am Oberdeck und zieht die Kameraden aus den auf- und abtanzenden Schlauchbooten heraus. Anschließend wanken die ausgepumpten Gestalten zum Turm, um durch das Schlug im Inneren des Bootes zu verschwinden. Mit den ersten Besatzungsmitgliedern werden auch die Geheimunterlagen von U545 geborgen und verstaut. Fliegeralarm! Um 11 Uhr stößt in etwa 4000 Meter Entfernung ein zweimotoriges Flugboot, wahrscheinlich eine Consididated aus den Wolken. Doch beide Kommandanten haben etwas ähnliches befürchtet und vorgesorgt. Alle Flackwaffen sind besetzt, Munition liegt bereit. Das Flugboot befindet sich innerhalb der Reichweite der Bordflack, da die 3,7 Zentimeter eine Schussweite von 6500 Metern hat. Und die 2 Zentimeter eine von 4800 Meter. Aus allen Rohren beider Boote wird der Britta aufs Korn genommen. Die Schiffbrüchigen und die mit der Entbergung befassten Matrosen können nur sorgenvoll zusehen. In einer Feuerpause schreit der Kommandant von U545 genau draufhalten Jungs, rotzt dem Schwein und die Kiste voll. Der will uns in letzter Minute zu den Fischen, weiter kommt er nicht. Mit ohrenbeteuernden Knallen rattern die Flarrwaffen wieder los. Verbissen versuchen die Bedienung den Vogel herunterzuholen. Der Pilot lässt sich auf keinen Kampf ein. Er vergrößert den Abstand, umkreist die Boote und verschwindet schließlich im Dunst. Feuerpause Neue Munition wird herangeschleppt, die Geschützbedienungen trampeln und tanzen auf engstem Raum, um sich warm zu halten. Die Übernahme wird fortgesetzt. Wegen der starken Brise fallen die Besatzungen der Schlauchboote oft ins Wasser und müssen dann einzeln aufgefischt werden. Das Bergen ist langwierig und umständlich. Die im Wasser treibenden Männer sind durch die niedrige Wassertemperatur stark angegriffen und steif. Können deshalb zur eigenen Rettung kaum beitragen. Zwei Mann der Besatzung von Usi Mainz 4 halten die ihn aus einem Schlauchboot zugeworfene Leine mit aller Kraft fest, um dem Kameraden das Übersteigen auf Deck zu ermöglichen. Die Dünung hebt das Schlauchboot hoch, um es im nächsten Moment in einen Wellental zu schleudern. Ein fürchterlicher Ruck strafft die Leine, beide Matrosen versinken kopfüber in der aufgehüllten See und müssen nun von den Leuten im Schlauchboot herausgeholt werden. Der FDU, Funktum 11.36 Uhr, Mannesmann Sieder, Krankenhagen, Schwebke. Erstes Eintreffen des Boots, Besatzung wahrnehmen, danach U545 versenken. Durchführung sofort durch Kurzsignal melden, danach Boot tauchen und in 250 absetzen. Weitere Befehle folgen. Bei Gleichzeitigem Eintreffen zweier Boote, Besatzung aufteilen. Das EDMAR weist für U714 um 12 Uhr eine Fahrtstrecke von 187 Seemahlen aus. Diese respektable Leistung kommt durch das Fahren mit AK zustande. Zehn Minuten später setzt Schwebke ein FT an den FDU ab. Übernehme Besatzung Mannesmann, anschließend Rückmarsch. Die Schlauchboote fahren hin und her. Fliegeralarm, brüllt der Ausguck. Die Männer an den Geschützen reißen die Rohre in die angegebene Richtung. Von beiden Booten hämmern die Waffen. Auf etwa 5000 Meter kommt ein viermotoriges Flugboot in Sicht. Doch auch dieser Pilot wagt keinen Angriff. Er vergrößert die Entfernung und kreist. Geschützbedienung und Brückenwachen beider Boote verfolgen seinen Kurs. Die Maschine verschwindet zeitweise in den Wolken, um kurz darauf wieder aufzutauchen. Aber immer in sicherer Entfernung. Auf U545 befinden sich nur noch der Kommandant, der 1WO und drei Mann. Der Wachoffizier setzt die Kriegsflagge. Alle reißen die Hand an die Kopfbedeckung. Ein letzter Gruß an das Boot, das sie nie im Stich gelassen hatte. Kapitän Leutnant Mannesmann verschwindet im Turmlug, um kurz darauf wieder zu erscheinen. Nicht sie weg Leute, schnell! Alle springen aus Schlauchboot und rudern wie irre. Der Kommandant hat die Ventile geöffnet. Das eindringende Wasser bringt U545 zum Sinken. Die Schlauchbootbesatzung rudert aus Leibeskräften, um nicht in den Sog zu geraten. Die schäumende See schleudert das Schlauchboot hin und her. Der 1WO geht über Bord. Es dauert sehr lange, bis die anderen ihn wieder hereinholen können. Er ist bewusstlos, scheint viel Wasser geschluckt zu haben. Im nächsten Moment gibt es zwei heftige Detonationen. Die Torpedos von U545 sind in der Tiefe explodiert. Endlich sind die Schiffbrüchlinge an Bord von U7-1-4. Der Bordarzt leitet sofort Wiederbelebungsversuche beim 1WO ein. Um 13.04 funkt Schwebke an den FDU. Habe Aufgabe durchgeführt. U7-1-4. Eine Minute später taucht das Boot und hält den befohlenen Kurs von 250 Grad ein. Dreieinhalb Stunden hat der Bordarzt versucht, Leutnant zu sehen, Körper wieder ins Leben zu rufen. Dreieinhalb Stunden. In qualvoller Enge, dem in die Nase stechenden Mief und Sauerstoffmangel. Vergebens. Schweißnaß gibt er auf und informiert die beiden Kommandanten. Tod durch Ertrinken, stellt er fest. Nach 20 Uhr geht folgendes FT ein. Schwebke und Sieder. Schwebke, gut gemacht. Heute Nacht melden, ob Rückmarsch ohne Angabe von Leuten durchführbar. Falls ja, Rückmarsch fortsetzen. Falls nein, AL 1142 ansteuern. Dort am 14. abends, zwei Stunden vor Dunkelheit. Abgabe der Hälfte der Besatzung Mannesmann an Sieder. Sieder, genanntes Quadrat ansteuern. Antwort von Schwebke abwarten, falls keine Übernahme nötig, ohne weiteren Befehl befohlenen Angriffsraum besetzen. Der Turm der U7 Mainz 4 durchbricht die Wasseroberfläche. Das Lug wird aufgestoßen. Hastig klettert die Wache heraus. Im Inneren des Bootes atmen die Zusammengefährchten durch. Frische Luft, was für eine Wohltat. Auf den glatten Deckplatten bewegt sich eine Gruppe von vier Matrosen, mühsam haltsuchend. Das Boot schlingert stark in der dunklen See. Die Männer tragen einen länglichen Gegenstand zwischen sich. Es ist der Tote Leutnant Körfer. In eine Zeltleinwand eingenäht und mit Stricken umwunden. An den Füßen ist ein schweres Stück Eisen befestigt. Eine makabere Szene. Während der Tote von Bord gegeben wird, stehen beide Kommandanten salutierend auf dem Turm. Ortung auf Wands und Naxos, brüllt der Zwowe oben im Inneren des Bootes. Alarm! Die Brückenwache verschwindet mit schnellem Lug ebenso Kapitänleutnant Mannesmann. Schwebke wartet auf die vier Leute des Begräbniskommandos, die rutschend und taumelnd den Turm zu erreichen suchen. Endlich haben sie es geschafft. Schwebke klettert als letzter hinterher. Lug ist dicht, schnell tauchen. Das Boot schneidet mit starker Vorlastigkeit unter. Die Sauhunde lassen einen noch nicht einmal ein Gebet in dieser Situation sprechen. Stößt Mannesmann verbittert hervor. Schwebke nickt wortlos. Dann lässt er in das Kriegstagebuch eintragen. Ich entscheide mich zum Rückmarsch ohne weitere Abgabe. Das Risiko erscheint mir bei der unsicheren Wetterlage und der Luftbedrohung zu groß. Der nahezu 10-stündige Unterwassermarsch hat gezeigt, dass Schwierigkeiten grundsätzlicher Art nicht vorliegen. Ich habe jetzt 104 Mann an Bord. Am 12.02. wird um 1.30 Uhr Befehl zum Auftauchen gegeben. Zehn Minuten später geht ein FT raus. Trete Rückmarsch an, U7-1-4. In den nächsten sechs Stunden muss das Boot viermal wegen Ortung durch Wanze tauchen. Zwischen 7.15 Uhr und 8 Uhr können die Batterien geladen werden. Nachdem er am 13.02. U7-1-4 kurz nach Mitternacht wegen Ortung auf Wanze unter Wasser muss, werden beim Auftauchen um 1.30 Uhr und um 2.30 Uhr jeweils eine Aphrodite gestartet. Wenig später wird Alarmtauchen befohlen. Bei leiser, rhythmisch knackender Naxus-Ortung überfliegt ein viermotoriger Bomber das Boot in Richtung auf Aphrodite. Der Ausguck kann noch ein hartes Andrehen des Flugzeuges beobachten. Ein Scheinwerfer hat es nicht. Der 14.02. vergeht ohne besondere Vorkommnisse. Lediglich muss der Motor der Wanze repariert werden. Das Boot wird kurz durchgelüftet. Am Abend des 15.02. wird während des Auflademarsches um 21.45 Uhr ein Flugzeugscheinwerfer steuerbaut quer abgesichtet. Nur etwa 150 Meter hinter dem Boot stößt die Maschine aus einer Wolke. Die Flughöhe beträgt 30 Meter. Alarmtauchen! Kaum aufgetaucht, muss Usi Mainz 4 schon wieder in die Tiefe, da ein Scheinwerfer ausgemacht wird. Ob er von einem Flugzeug oder Schiff stammt, kann nicht festgestellt werden. Während der Tauchfahrt am 18.02. wird dem Kommandanten um 6.40 Uhr eine leise Horchpeilung gemeldet. Schwebke lässt sofort auftauchen. Mit AK läuft das Boot in Richtung 2.10 Uhr. 18 Minuten später kommen an Backbord drei Dampfer und drei Zerstörer in Sicht. Kurz darauf setzt auf 7.000 und 8.000 Meter Leuchtgranatenbeschuss durch die Zerstörer ein. Da U714 aus dem klaren, hellen Osthorizont kommt, wird es sehr früh gesehen. Schwebke will beim letzten Rest der Morgendämmerung mit dem derzeit besten Torpedo der Kriegsmarine, dem T5, auch Zaunkönig genannt, zum Schuss kommen. Das Geheimnis des T5 bestand darin, dass er über eine Autogyro-Anlage das Maximum einer Geräuschquelle ansteuerte, in diesem Falle das Schraubengeräusch eines Schiffes. Nach dem Kriege gaben die Engländer bekannt, dass dieses Geheimnis durch italienische Seeoffiziere, die in deutschen Offizierskursen in Gotenhafen davon Kenntnis erhielten, an die britische Admiralität verraten wurde. Und das ein halbes Jahr vor dem ersten Einsatz. Die Briten konnten also rechtzeitig Abwehrmaßnahmen ergreifen. Die deutsche Seekriegsleitung konnte sich drehen und wenden, wie sie wollte. Der Feind hörte, selbst nicht sichtbar, meistens mit. Der Verrat hat Tausenden das Leben gekostet. Um 7.15 Uhr schreibt Schwebke in das Kriegstagebuch Mit Rücksicht auf die eingeschränkte Einsatzbereitschaft des Bootes entschließe ich mich zum Tauchen. Für einen T5-Schuss war die Entfernung zu groß. Die Leute in der Röhre atmen auf. Ein Angriff unter diesen Umständen lieber nicht. Kaum ist das Boot auf Tiefe, da rumst es. Der Gegner wirft acht Wasserbomben. Außerdem wird Astik-Ortung festgestellt. Anschließend zwei Knall-Ortungen. Usimans fährt Glück. Nichts wird beschädigt. Das Boot kann in Westrichtung ablaufen. Die Horchpeilung eines Zerstörers verliert sich im Osten. Schwebke befiehlt Seerohrtiefe und schaut durch die Optik. Die Schiffe sind nicht mehr zu sehen. Zwischen dem 19. und 23. Normalerweise kaum für eine Besatzung und hier sind 104 Mann an Bord. Schweiß, Ausdünstung und Gestank. Die nicht zu überbietende Enge machen das Leben zur Qual, zehren an den Nerven. Aber alle sind froh, noch einmal davon gekommen zu sein. Nur dies zählt. Die anderen Strapazen gehen vorbei. Irgendwann. Du Mistsau hast geschissen. Der Hinterlieger in einer Koje brüllt seinen Vordermann an. Nicht genug, dass du ohnehin stinkst wie eine ausgegangene Kabitlampe, dann furzt du auch noch so schrecklich, dass mir die Augen tränen. Er holt Tiefluft. Solltest du das nochmals versuchen, so reiße ich dir das Ding ab und werfe es dem ersten vorbeikommenden Dackel zum Fraß vor. Der Angesprochene grinst. Aus welcher Richtung soll hier wohl der Dackel kommen? Na, die Lacher auf seiner Seite. Am 24. 2. 2 Minuten nach Mitternacht setzt Schwebke folgenden FT ab. Stehe 36 Stunden vor Treffpunkt mit Geleit. 3 Stunden später ist die Antwort da. U7-4. Geleit steht am 25.02. Um 12 Uhr. Punkt Herz 239. 7. UFL. U7-4 wird nicht nach Lorient, sondern nach San Azea dirigiert. Zum letzten Mal während dieser Feindfahrt taucht das Boot um 7 Uhr und bleibt den ganzen Tag bis 21.15 Uhr unter Wasser. Anschließend wird über Wasser marschiert. Am 25.02. Am 8.59 schreit der Ausguck deutsche Flugzeuge und zeigt in den östlichen Sektor. Es sind vier Junkers U88, die nun das Geleit von U7-Mains 4 aufnehmen. Die Männer auf der Brücke reißen die Arme hoch, die Bomber wackeln mit den Tragwärchen. Durch das Turmlug strömt frische Luft in das Innere des Bootes. Die Seeleute sind glücklich. Scheint doch dieser unmögliche Zustand bald zu Ende zu gehen. Da werden Pläne geschmiedet, wie man den nun anstehenden Urlaub verbringen will. Eines ist auf jeden Fall geregelt. Man will immer besoffen sein. Drei Stunden umkreisen die U88 das Boot und schützen es. Dann donnern sie noch einmal im Tiefflug über den Turm und verschwinden in Richtung Festland. Das Schiffsgeleit hat um 13.10 Uhr die Aufgabe der Flugzeuge übernommen. Langsam nähert sich U7-Mains 4 dem Hafen von Sanderseer. Kommandant Schwebke hat die wichtigsten Ereignisse im Kriegstagebuch auf den Seiten 29 und 30 festgehalten. Um 18 Uhr macht U7-Mains 4 in Sanderseer fest. Die Pier ist voller Menschen. So viele waren seit Jahren beim Einlaufen eines Bootes nicht mehr da. Ein Musikzug intoniert, denn wir fahren. Denn wir und so weiter. Sekt Korken knallen, Hoch- und Heilrufe, freudige Gesten, Blumensträuße. Die ganze militärische Hierarchie ist dabei, als Schwebke die Hacken zusammenschlägt. Melge Orsams, U7-Mains 4 mit zwei Besatzungen von Feindfahrt zurück. Die wohl bedeutsamste Rettungsaktion in der Geschichte des U-Boot-Krieges ist glücklich abgeschlossen. Januar 1945 Der hohe Maschinenmarkt Mare und sein Schwiegervater stehen am Weserufer. Mare hat Urlaub, nachdem sein Boot sich nach dem Verlust der Atlantikbasen Brest, Lorient und Sanderseer bis Kiel durchgeschlagen hat. U7-Mains 4 ist schwer mitgenommen und liegt im Dock. Jeden Tag beschäftigt Mare sich stundenlang mit seiner Tochter. Frau Marianne versucht ihm den Urlaub so angenehm wie nur möglich zu machen und treibt unter der Hand für teures Geld sonst nicht mehr erhältliche Leckerbissen auf. Eigentlich sollte er zufrieden sein. Die Familie lebt und ist gesund. Die im Bombenhagel vernichteten Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände werden wohl eines Tages wieder ersetzt werden können. Doch er ist unruhig. Die Jahre auf den Unterseebooten haben ihre Spuren hinterlassen. Ihm fehlt etwas. Vielleicht das Brummen der Maschinen in der engen Stahlröhre? Er weiß es nicht. Er versucht auch nicht das Gefühl zu analysieren. Es ist jedenfalls da und vermiest die letzten Urlaubstage. Der Krieg liegt in den letzten Zügen, hebt der Schwiegervater halblaut an. Du solltest nicht mehr auf dein Boot zurückkehren. Ich habe eine ganze Reihe guter Freunde, die ich verstecken würde, bis alles vorbei ist. Es kann sich ja nur noch um Wochen handeln. Mare blickt den vorbeitreibenden Eisschollen nach. Ich lasse meine Kameraden nicht im Stich, Vater. Ich kann es einfach nicht. Der alte Mann sagt nichts mehr. Er nickt nur. Die Hände tief in den Taschen vergraben, gehen beide langsam davon. Wochen sind vergangen. Frau Marianne hatte ihren Karl-Heinz nach Kiel begleitet und U714 auslaufen sehen. Sie stand am Kai, bis eine Nebelwand das Boot verschluckte. Dann erspürte sie die Kälte, drehte sich um und ging in Gedanken versunken zum Bahnhof. U714 hat den Auftrag, die Schiffsbewegung vor dem Fifth of Force zu stören. Der Anmarsch durch die Nordsee dauert viele Tage, da hauptsächlich unter Wasser gefahren werden muss. Endlich ist der befohlene Angriffsraum erreicht. Im Morgenraum wird ein Schiff durch Horchpeilung geortet. Schwebe geht auf Seerotiefe und schaut durch die Optik. Ein kleiner Kolcher, ruft er halb laut. Etwas über 1000 Tonnen. Er hat gut geschätzt, das Schiff hat tatsächlich 1226 Bruttoregistertonnen. Rohr 1 bewässern. Es folgen Befehle für die Einstellung des Torpedos und für die Rudergänger. Rohr 1 los. Nach wenigen Sekunden geht eine Erschütterung durch das Boot. Den haben wir im Sack, meinte Schwebke und presst die Augen an die Seerohrmuschel. Den Dampfer hat es mit Schiffs erwischt. Er bricht in zwei Teile und sinkt sofort. Der Kommandant lässt den Einziger durch das Seerohr schauen. Dann winkt er den Alliher an. Dieser meint jedoch, nach wenigen Augenblicken, da ist nichts mehr zu sehen, Herr Kalloin. Nicht möglich, antwortet Schwebke und er nimmt das Seerohr. Doch die See ist tatsächlich leer. Das Schiff ist in wenigen Sekunden gesunken. Drei Stunden später. Der Kommandant sitzt hinter dem grünen Vorhang. Und brütet über dem Kriegstagebuch. Schraubengeräusche Backbord voraus. Im Nu steht er am Seerohr. Ausfahren. In die nur wenig aus dem Wasser ragende Linse wandert der norwegische Mien-Such-Trawler Nordham ein. Der jetzt unter britischer Flacker fährt. Die Wache lehnt dösend auf der Brücke. Die Besatzung verstaut bereits persönliche Dinge in den Seesäcken. Nach anstrengenden Wochen auf See befindet man sich jetzt nur noch wenige Meilen vor dem Hafen. Es geht bald los, meint der Rudergänger zum Wachoffizier. Dieser nickt und grinst. Und wie, erwidert er. Eine Woche lang ziehe ich keine Hose mehr an. Diese Marine. Was tatsächlich losgeht, ist der Torpedo aus Ruhr 2 von U7-1-4. Die Stoppuhren laufen. Dann kommt der Stoß. Ein dummtes Grollnis zu hören. Schäbke lässt das Seerohr ausfahren. Was er sieht, teilt er der Besatzung über Lautsprecher mit. Dem Trawler hat es das Vorschiff abgerissen. Er hat Schlagseite und sinkt langsam. Wir können uns einen weiteren Torpedo sparen. Es dauert nicht mehr lange, dann hat ihn die See verschluckt. Der Kommandant lässt die Leute durch das Seerohr schauen. Auf der Nordhaben sieht es fürchterlich aus. Einige Matrosen liegen tödlich verletzt zwischen den geborstenen Aufbauten. Mühsam versuchen die Überlebenden, mehr oder minder schwer verwundet, auf die Beine zu kommen. Die Desonation hat allen den Boden unter den Füßen weggerissen. Auch der Funk hat überlebt. Er rappelt sich aus einem Wust von Drähten und zerschlagenen Apparaten hoch. Überprüft sofort das Funkgerät. Wie durch ein Wunder ist dieses noch heil. Stöhnend sinkt er auf seinen Hocker. Die rechte greift automatisch nach der Taste. Dit dit dit, da da da, dit dit dit. Save our souls, SOS. Es folgt die Positionsmeldung. Dann wiederholt er, SOS. Das eindringende Wasser setzt seinen Bemühungen ein Ende. Die britische Admiralität hat die südafrikanische Brigatte Natal, Ex-Loch Cree, mit Überwachung des 4th of 4th betraut. Der Dienstamt der Funker hört den Hilferuf. Seine Hand rast über den Schreibblock. Dann reißt er den Bogen ab, reicht ihm seinem Kameraden hinüber und ruft, bringst dem Kapitän aber schnell. Der Matrose spurtet los. Ein Hilferuf, Sir. Mit einer hastigen Bewegung greift der Kapitän nach dem FT und liest. Dann reißt er den Hebel des Maschinentelegraphen herum. Die Brigatte kam mit Höchstfahrt angebraust. Das Hälle singen der Schrauben sah am U-Boot deutlich zu hören. Auch nahm das Geräusch des auf die Außenhaut auftreffenden Astekstrahles an Intensität ständig zu. Bang schaute die Besatzung zur Decke. Wird es heute nochmal gut gehen? Das Schicksal hatte die Antwort parat. Auf der Natal tat der Hedgehog in Aktion. Noch während die Geschosse unterwegs waren, drehte sie scharf nach Backbord ab. Im nächsten Moment wuchs eine turmhohe Wasserfontäne aus der grauen See, begleitet von Krachen einzelner Explosionen. Abschließend noch ein paar Informationen. Also Uzi, Mainz 4, diesen Trawler Nord haben wir versenkt. Von den 23 Besatzungsmitgliedern konnten 17 gerettet werden. Der Frachter, der versenkt wurde mit diesen 1226 Budo-Registertonnen, hatte 21 Soldaten oder beziehungsweise Männer an Bord. Davon überlebten nur 11. Und diese südafrikanische Fregatte hatte laut Eintrag hier ein Squid-Wasserbombenwerfer und kein Hedgehog an Bord. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat diese Fregatte Uzi Mainz 4 versenkt. Und alle 50 Besatzungsmitglieder sind dabei umgekommen. Ja, es gibt also im Internet noch ganz viel über das Boot. Kann man sich alles noch durchlesen und sich noch Bilder angucken. Das würde jetzt hier aber den Rahmen sprengen. Für mich ist es interessant, oder für uns ist es interessant, dass der Marre das wohl während der Zeit aufgeschrieben hat, die ja an Bord war. Und der Heinz Evensson hat das nochmal in Reihenschrift gebracht. Und ich denke mal auch, den Rest, wie U714 gesunken ist, dazu geschrieben. So kann ich mir das erklären. Gut, das soll es gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen abgeholt. Mal unter Wasser. Und was die alle so durchmachen mussten da. Bis dahin, bleibt gesund und auf bald. Danke für eure Aufmerksamkeit. Kques. Ich freue mich. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020